Hallo, ich bin Lee und heute gibt es eine Sammlung mit wunderschönen Liebesgeschichten. Wenn du auch gerne Sammlungen hörst, lass mich gerne einmal wissen, welche Sammlungen dir am besten gefallen. Märchen, Fantasy, Liebesgeschichten, Krimis, Science Fiction, was auch immer dir einfällt, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß! Der Lindenbaum Vor längerer Zeit hielt ich mich einige Jahre hindurch in einer kleinen Stadt auf und war dort an einen alten Herrn empfohlen, der ein Studiengenosse meines Vaters gewesen war. In dem Hause dieses Mannes ging ich aus und ein und genoss dort viel Freundlichkeit. Herr Dr. Lindo war ein stattlicher und juwialer Sechziger und ein großer Natur- und Gartenfreund, der herrliche Blumen und köstliches Obst zog. Und sein Garten, der sich in glücklicher südlicher Lage in Terrassen zu einem kleinen See hinabsenkte, war im Sommer und Herbst ein wahres Füllhorn köstlicher Dinge. Als sein Wunder erschien es mir immer, was durch kluge Ausnutzung des Raumes aus einem verhältnismäßig kleinen Fleck Erde alles erzeugt werden kann. Am Ende des Gartens befand sich auf einer kleinen Erhöhung eine mächtige Lindenlaube, die auf den Stillen von Schilf und Weiden umkränzten See sich öffnete. Und dort saß ich eines schönen Abends im August in heiterem Gespräche mit dem alten Herrn, der an jenem Tage besonders aufgeräumt war. Vor uns auf dem Tische stand eine mächtige Schale mit köstlichen Pfirsischen und Aprikosen. In den Gläsern schimmerte eine vorzügliche Sorte Rheinwein und ringsum ertönte in den stillen Abend hinein das fröhliche Getöse spielender Kinder, der Enkel und die Enkelin meines Gastfreundes. Unter diesen war ein zwölfjähriger Junge, der sich durch eine große körperliche Gewandtheit auszeichnete. Plötzlich hörten wir dessen Stimme aus dem Wipfel eines Baumes, der seine Zweige waagerecht nach dem Ufer des Sees hinausstreckte. »Großvater«, rief der Junge, »nun passe mal auf, wie ich es jetzt schon gut kann!« Damit war auf einen der waagerechten Zweige hinausgerutscht und hing plötzlich an den Knien daran, mit dem Kopfe nach unten. Zu meinem Schreck ließ er sich dann los, griff aber geschickt in das Laub des unteren Zweiges, das sein Körper sich wendete, und der Kopf wieder nach oben kam. Und so, von Ast zu Ast rutschend und stürzend, gelangte er, indem er rechtzeitig sein Fall durch wiederholtes Eingreifen in die Zweige mildete, glücklich unten an. »Gut, mein Sohn«, rief Herr Lindo, »kannst mal herkommen!« Nachdem er den Knaben für seine Leistung reichlich mit Obst belohnt hatte, wandte er sich zu mir und sagte, »Eine alte Familienkunst, die ich schon von meinem Vater gelernt habe und die hoch in Ehren gehalten wird, seitdem sie mir einmal einen so großen Dienst geleistet hat.« »Welcher Art war dieser Dienst?«, fragte ich etwas verwundert. Der Doktor lehnte sich in seinen Gartenstuhl zurück und sah Sinn vor sich hin, wie einer, der sich eine Geschichte im Geist zurecht legt. Und er sagte dann, »Sie wissen doch, dass ich als Student zu zehnjähriger Festungshaft verurteilt worden bin.« »Ja, gewiss«, antwortete ich, »damals, als auch Fritz Reuter zu dieser Strafe verdammt wurde und aus denselben Gründen.« »Gewiss«, fuhr Lindo fort. »Allein, ich hatte es in einer Hinsicht besser als Reuter, da ich meine Zeit in der einzigen kleinen Festung meines engeren Vaterlandes absitzen durfte, wo ich es verhältnismäßig gut hatte.« Diese war nun eigentlich gar keine Festung mehr, denn die Außenwerke hatte man längst geschleift, und nur ein auf einem steilen Felsen gelegenes Kastell war übrig geblieben, das zu Gefängniszwecken diente. Dort hatte ich ein ganz wohnliches Zimmer, allerdings mit schwerer, eisenbeschlagener Tür und einem tief in die dicke Mauer eingeschnittenen, stark vergitterten Fenster. Ich war der einzige Festungsgefangene dort, denn mir dergleichen politische Verbrecher hatte das kleine Fürstentum nicht hervorgebracht. Und man ließ mir am Tage ziemlich viel Freiheit. Nachts allerdings wurde ich sorglich eingeschlossen. Wohin sollte ich auch entkommen, da dieser Felsen an drei Seiten wohl an die hundert Fuß steil abfiel, während er an der vierten, wo der gewundene Weg hinaufführte, durch Mauern und mächtige Tore mit Schildwachen davor genügend versperrt war. Über Mangel an Aussicht konnte ich mich an diesem Orte nicht beklagen, denn der Felsen war ein letzter Ausläufer des am Horizonte dämmernden Gebirges und lag als einzige wesentliche Erhöhung in einer sanft gewählten Ebene. Aber nichts ist wohl geeigneter, die Sehnsucht nach der Freiheit zu verschärfen, als ihr steter, ungehinderter Anblick. Zum körperlichen Schmerze fast wurde diese Sehnsucht, wenn an schönen Sommersonntagen die Menschen aus dem Städtchen wie aus einem Ameisenhaufen auf allen Wegen herauskribbelten in die freie Natur. Wenn aus der Straße nach dem blau-dämmernden Gebirge zu die Wagen rollten und leichtfüßige Wanderer munter daher schritten. Wenn aus den Gasthäusern vor dem Tore die Fahnen wehten, während farbige Mädchenkleider und helle Strohhüte aus dem Grün hervorschimmerten und bald von hier, bald von dort, ein dumpfes Pauken schlagen oder ein anderes musikalisches Getöse oder ein unablässiges Rollen von Kegelkugeln zu mir hinausschalte. Dann kamen wohl auch leicht geflügelte Schmetterlinge aus der Tiefe flatternd emporgetaucht, glätteten ihre Flügel ein wenig auf dem durchsonnten Rasen des Walles und taumelten dann sorglos weiter in die Freiheit. Die Schwalben, die sich um das alte Gemäuer des Kastells jagten, schossen dicht über mich hin und riefen wie zum Hohne »Komm mit! Komm mit!« Und als all dies alles wieder einmal an einem Sommersonntag geschah, ward es mir zu viel, und ich begab mich auf die andere Seite, wo mir der Anblick auf die Stadt und das fröhliche Getümmel um sie her entzogen war. Hier wurde die eine Wand des Felsens vom Flusse bespült, und hinter diesem dehnte sich eine weite Heidefläche aus. Zu meinen Füßen aber in den Winkel, den der herannahende Fluss mit dem Felsen machte, lief ein großer Garten aus, der zu dem Landhause eines wohlhabenden Fabrikanten gehörte. Wie eine Karte lag er mit seinen sauberen Steigen, Rasenflächen und Gebüschgruppen unter mir. Aber auch so öde wie eine Landkarte war er meist, denn außer einem alten Gärtner, der sich dort zu tun machte, und seiner ebenso alten Frau, hatte ich dort noch niemals einen Menschen gesehen. Als ich dort nun saß, meine Beine über den Rand des Felsens baumeln ließ und abwechselnd in die saubere, grüne Einsamkeit zu meinen Füßen und dann über den Fluss hinweg auf die eintönige Heide schaute, da überkam mich mit einem Mal ein Gedanke, der mein Gehirn mit einem solchen Rausche erfüllte, dass ich mich zurücklehnte und meine Hände in das Gras klammerte in der Furcht, von einem Schwindel ergriffen plötzlich hinabzustürzen. In dem letzten Winkel des Gartens stand nämlich ein uralter Lindenbaum, so nah am Felsen, dass seine Zweige ihn fast berührten. Seine ungeheure grüne Kuppel war gerade unter mir. Die Entfernung konnte nicht mehr als etwa 20 Fuß betragen. Dass mir das sonst noch nie so aufgefallen war, wenn ich dort hineinsprang, war ich ja so gut wie unten. Es hatte auch gar keine Gefahr, denn die dicht belaubten elastischen Zweige würden mich sanft aufnehmen und den Sturz mildern. Und dann, wie oft hatte ich mich nicht als Knabe so von Zweig zu Zweig absichtlich aus Bäumen fallen lassen. Das war eine Kunst, die gefährlicher aussah, als sie war und die mir schon oftmals den Beifall erstaunter Zuschauer eingebracht hatte. Wenn ich das hier ausführte, konnte ich ja in ein paar Sekunden unten sein und dann, und dann war ich frei. Aber wie lange? Ich war ohne Mittel, denn genügendes Geld bekam ich als Gefangener natürlich nicht in die Hände. Und obwohl die Grenze nicht allzu weit entfernt war, so wäre mir doch wohl nur in einem bereitstehenden Wagen mit schnellen Pferden die Flucht gelungen. Auch fehlten mir Legitimationspapiere, und diese waren höchst nötig, um sich an der Grenze auszuweisen. Doch diese Gedanken kamen mir alle erst später bei ruhiger Überlegung. Zunächst berauschte mich der Gedanke, wie leicht ich entkommen konnte, wenn ich wollte, so, dass ich förmlich in ihm schwelgte. Im Falle ich dort hinabsprang und mich von Zweig zu Zweig stürzen ließ, war Gefahr nur dann vorhanden, wenn sich zu große Lücken zwischen den Ästen fanden oder diese in bedeutender Höhe vom Boden aufhörten. Ich suchte mir einen anderen Ort auf dem Felsen, legte mich dort auf den Bauch und betrachtete die Linde aus größerer Entfernung von der Seite. Sie war so normal gewachsen, wie dies für einen Musterbaum ihrer Art nur möglich ist. Die grüne Kuppel zeigte keinerlei Unterbrechung, und die untersten Zweige hingen bis auf den Boden hinab. Plötzlich ertönten stramme, taktmäßige Tritte und riefen nicht aus meinen Gedanken zurück. Der Posten, der in dieser Gegend stand, ward abgelöst, und es schien mir klug, mich zu zeigen, da man sonst wohl nach mir geforscht hätte. Ich ging schnell hinter den Wellen herum und kam an einer anderen Stelle scheinbar gelangweilt wieder zum Vorschein, setzte mich auf eine alte Kanone und schaute wieder auf die Stadt und das fröhliche Treiben der Landstraßen hin. Im Geiste aber war ich bei meinem alten Lindenbaum. Ich stand am Rande des Felsens und suchte mit dem Fuße nach einem sicheren Absprung. Nun war es soweit. Los! Ich schaudete zwar ein wenig, aber es musste sein. Wie mir das grüne Laubwerk um die Ohren sauste. Ich war gerade richtig gesprungen. Der Ast gab mächtig nach, aber er brach nicht. Ich ließ ihn nicht los, bis er sich tief auf den Nächsten gebeugt hatte. Und dann rauschte und rutschte ich durch die knickenden, kleineren Zweige tiefer und tiefer. Von einem Aste zum anderen. Und schnell war ich unten. Jetzt hinab an den Fluss und durch die seichten Sommergewässer an das andere Ufer. Hier, das kleine Kieferngehölz, verbarg mich einstweilen. Aber ich musste weiter, weiter über freie Räume, wo ich fernhin sichtbar war. Nur immer vorwärts der Grenze zu. Vielleicht bemerkte mich doch niemand, ein Flüchtling muss Glück haben. Da, bumm, was war das? Ein Alarmschuss von der Festung. Und nun ging die Hetzjagd an. Ich hatte mich so in diese Gedanken vertieft, dass es mich wie eine Erleichterung überkam, als mir plötzlich klar wurde, dass ich noch kein gehetztes Wild sei, sondern ganz gemächlich am Sonntagnachmittag auf einer alten Kanone säße und spintisierte. Von nun ab ließ mich der Fluchtgedanke nicht mehr los. Und so oft ich es nur ohne Aufsehen zu tun vermochte, studierte ich meinen alten Lindenbaum, so dass ich ihn zuletzt fast auswendig konnte. Den verhängnisvollen Sprung habe ich im Geiste so oft gemacht, dass es nicht zu zählen ist. Dabei zermartete ich mich mit Grübeleien, wie ich mir Geld und alles sonst zur Flucht nötige verschaffen möchte, verbarf einen Plan nach dem anderen und kam zu keinem Ende damit. Denn alles hing davon ab, dass ich Briefe sicher aus der Festung beförderte, und ich fand niemanden, dem ich mich hätte anvertrauen mögen. Und es war die Zeit der Sommerferien herbeigekommen. Und als ich eines Tages wieder in den sonst so verlassenen Garten des Landhauses hinabschaute, bemerkte ich dort eine wundervolle Veränderung. Was mir an weiblichen Wesen aus der Festung zu Gesicht kam, war nicht dazu angetan, mich zu verwöhnen, denn es gehörte zu der Gattung der Regimentsmigären und Scheuerdrachen. Deshalb erschien mir wohl das junge etwa 17-jährige Mädchen dort unten wie ein Wunder von Schönheit und lieblicher Bildung. Und es überkam mich etwas wie Dankbarkeit gegen den Schöpfer, der solche wohlgerundete Anmut mit leichter Meisterhand in die Welt gestellt hatte. Während das junge Mädchen langsam alles betrachtend durch den Garten ging, wurde sie umschwärmt von einem ungefähr 14-jährigen Knaben, der mit einem Bogen von Eschenholz leichte Rohrpfeil in die Luft schoss und sich an ihrem hohen Fluge vergnügte. Durch einen Zufall stieg der eine dieser Pfeile bis zu mir empor und fiel neben mir nieder. Dadurch wurde der Knabe meiner gewahr und machte seine Schwester auf mich aufmerksam. Ich nahm meinen Hut ab und warf, indem ich grüßte, den Pfeil wieder hinunter. Mein Schicksal und meine Anwesenheit auf der Festung waren in der ganzen Stadt bekannt und so mochten diese jungen Leute auch wohl gleich wissen, wen sie vor sich hatten. Denn sie sprachen miteinander und sahen zu mir empor. Der Knabe unverhohlen und voll Neugier, das Mädchen flüchtiger, aber, wie es mir schien, mit einem Ausdruck von Mitleid in den schönen Zügen. Da ich nun fortwährend mit Fluchtgedanken beschäftigt war und alles gleich mit diesen nicht ganz beherrschenden Ideen in Verbindung brachte, so fiel es mir gleich auf die Seele, dass ich hier eine Verbindung mit der Außenwelt zu gewinnen vermochte. Wenn das schöne Mädchen mir vielleicht auch nicht helfen konnte, so würde sie doch gewiss nicht einen armen Gefangenen verraten, der sich vertrauensvoll in ihrer Hand gab. Aber ein Zweifel fing mich sofort an zu plagen, ob ich das Mädchen überhaupt wiedersehen würde. Vielleicht war sie nur zu einem kurzen Besuch in diesem Landhause und kam nie wieder. Aber dennoch arbeitete ich im Geiste schon an einem ausführlichen Briefe, in dem ich meine Lage und alles, was zu meiner Befreiung nötig war, gründlich auseinandersetzte. Als ich gegen Abend wieder in meine Zelle eingeschlossen wurde, schrieb ich alles sorgfältig auf und setzte die Mittagsstunde von zwölf bis ein Uhr zu einer Antwort von ihrer Seite fest. Dann befand sich alles aus der Festung beim Essen und ich war am wenigsten beobachtet, zumal auch die Schildwache in meiner Nähe um diese Zeit sich einer stillen, innerlichen Beschaulichkeit hinzugeben pflegte. Ihre Antwort sollte das Mädchen auf ein Zettelchen schreiben, diesen mit ein wenig Wachs oder Pech an ein Rohrpfeil kleben und durch ihren Bruder zu mir hinaufschießen lassen. Ja, mit fieberhafter Spannung wartete ich am anderen Tage darauf, dass die Schöne wieder im Garten erschiene. Doch vergebens alles blieb leer. Nur der Knabe tollte eine Weile dort herum und übte sich mit langen, schlanken Gärten, die er als Wurfspieße benutzte. Endlich am Nachmittage sah ich das helle Kleid aus dem Grün leuchten. Das Mädchen ging langsam durch den Garten und verschwand unter dem alten Lindenbaume. Es dauerte eine Ewigkeit, bis sie wieder zum Vorschein kam, nun aber wandelte sie auf dem Steige unter mir hin. Jetzt galt es. Ich häusperte mich so laut ich konnte und sobald sie aufblickte, zeigte ich meinen mit einem Steine beschwerten Brief. Als sie verwundert und etwas verwirrt wegsah, warf ich ihn hinab. Er fiel ihr gerade vor die Füße und ich bemerkte, wie sie erschrak und im ersten Augenblicke weiterging, ohne ihn aufzunehmen. Dann besann sie sich, kehrte um, hob das Papier auf und ging damit unter den Lindenbaum zurück. Nach einer Weile kam sie wieder hervor und schritt, mir den Rücken wendend, langsam auf das Haus zu. Wie im Krampfe zog sich mein Herz zusammen, als sie so, ohne ein Zeichen zu geben, davon ging. Doch da plötzlich stand sie und ließ flüchtig den Blick zu mir heraufgleiten. Dann wendete sie sich wieder ab, nickte dreimal eindringlich mit dem Kopfe und lief eilig auf das Haus zu. Beinahe hätte ich laut aufgejaucht, als ich dies bemerkte, und den ganzen Abend hatte ich die größte Not, die außerordentliche Heiterkeit zu unterdrücken, die mich erfüllte. Am anderen Tage ging alles gut. Der Knabe kam und schoss mit seinen Rohrpfeilen wie zur Übung an dem Felsen in die Höhe. Dann nahm er einen anderen Pfeil, zielte sorgfältig und schoss ihn zu mir empor. Es war zu kurz. Ich sah den leichten Boden bis dicht an meiner Hand steigen und dann wieder zurück sinken. Das zweite Mal gelang es. Ich löste schnell den kleinen schmalen Zettel ab und warf den Pfeil wieder hinunter. Sie schrieb, ich will alles tun, was ich kann, mein Onkel will mir dabei helfen. Sie dürfen ihm vertrauen, wie auch meinem Bruder Paul, der alles weiß und stolz auf dieses Geheimnis ist. Haben Sie guten Mut, in vierzehn Tagen kann alles bereit sein. Diesen kleinen Zettel drückte ich an meine Lippen, las ihn wohl hundert Mal und bewahrte ihn als meinen größten Schatz. Über die nächsten vierzehn Tage will ich kurz hinweg gehen. Genug, die Stunde war da, wo alles bereit war. Und zwar sollte die Flucht am hellen Mittage stattfinden. Das Glück begünstigte mich in jeder Hinsicht. Am Vormittage stieg ein Gewitter auf. Über der Heide stand eine blau-schwarze Wolkenwand, in der die Blitze zuckten und der Donner lauter und lauter rollte. Einige Minuten nach zwölf stand ich an dem Rande des Felsens und wartete auf den nächsten Donner, der das Geräusch meines Sturzes übertäuben sollte. Da zuckte ein greller Blitz auf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht zählte ich unwillkürlich und dann knatterte und rollte es mächtig in den Wolken. In Gottes Namen sagte ich innerlich und sprang zu. Wie ich hinuntergekommen bin, weiß ich heute noch nicht. Es donnerte, rauschte und sauste mir um die Ohren, zwei geschlugen mir ins Gesicht und mit einem Mal hatte ich Boden unter den Füßen. Ich eilte schnell durch Laubengänge, die mich den Blicken verbargen, dem Ausgange zu. Wie oft hatte ich diesen Weg schon im Geiste gemacht. Da in der Nähe des geöffneten Gartentores stand, von Buschwerk gedeckt, eine helle Gestalt. Sie war es. In überschwellender Dankbarkeit reichte ich ihr beide Hände entgegen und da Worte unsere Empfindungen nicht ausdrücken konnten, so küßten wir uns, als könne es gar nicht anders sein. Aber sie drängte mich bald von sich. Schnell, schnell, rief sie und reisen sie glücklich. Oh, Wunder und Qual, in der Nussschale eines kurzen Augenblickes vereinigt. Aber ich musste weiter, auf der Straße sah ich den Knaben Paul, dem ich in einiger Entfernung folgen sollte. Er führte mich zu einem kleinen Gehölz in der Nähe, wo eine Kutsche mit zwei schönen Pferden hielt. Ein ältlicher Mann, der dabei stand, schob mich hinein und rief mir zu, im Wagenkasten ist ein neuer Anzug und was sie sonst noch so brauchen, in der Seitentasche Geld und Papiere, reisen sie mit Gott. Ich wollte ihm danken, allein die Pferde zogen an, und fort ging's in Sturm und Regen und rollendem Dollar, was die Gäule laufen konnten. Nun, ich kam nach allerlei kleinen Abenteuern über die Grenze und weiter und weiter und dann war ich frei. Frei und doch wieder gefangen, denn den Kuss am Gartenzaun vergaß ich mein Leben lang nichts. Frau Lindo, die sich schon eine Weile in der Nähe bei einigen Gemüsebeeten beschäftigt hatte, kam jetzt näher und fragte, nun, was erzählst du da wieder für eine lange Geschichte? Es ist die Geschichte von dem berühmten Kusser am Gartentor, antwortete Herr Lindo. Ach du, sagte Frau Lindo, ja, das kommt davon, wenn man sich mit Verbrechern einlässt. Mir ging plötzlich ein Licht auf, entzündet an dem schimmernden Glanze der Augen, mit dem die beiden alten Leute einander ansahen. Halte, rief der Doktor, denkst du daran, dass es jetzt gerade vierzig Jahre sind, seit jenem verhängnisvollen Kusse? Komm, lass uns anstoßen auf ein glückliches Alter. Wir erhoben uns und die Gläser klangen aneinander. Dann küßten die beiden Alten sich und ein Abglanz wie von ewiger Jugend verklärte ihre glücklichen Gesichter. Der Pfarrer von Torning Drei Meilen südlich von Fieborg in der Gegend, wo Sven Grate ehemals Leben und Reich verlor, liegt der Bauernhof Revel. Halt und Zerfallen sind seine niedrigen Gebäude und sehen aus wie mit Moos gedeckt. Ihr armseliges Aussehen wird durch keinen Garten belebt, denn diesen Namen kann man kaum einem kleinen Krautgarten geben, dessen Torfgräben mit dünnen, verkrüppelten Holunderbüschen gesäumt sind und worüber sich ein alter Ebereschenbaum krümmt, der seit seiner Jugend von den scharfen Westwinden zerpeitscht und gebeugt wurde. Nah und fern ist er umgeben von vielen Heidekrauthügeln, zwischen denen graugelbe Moore sich schlingen und fast alle in mannigfachen Buchtungen durcheinander laufen, bald sich verbreiternd und die wellenförmigen Hügel gleichsam zurückdrängt, bald von diesen zu schmalen Verengungen eingeschnürt. Unbekannte, die hier ihren Weg finden wollen, werden bald in diesem Labyrinth von Mooren verfangen, ganz wie die, die sich ohne die erforderlichen Vorkenntnisse auf das sinnreiche Spiel einlassen, das man Wasserziehen nennt. Erst gegen den Herbst zu bekommt diese düstere, einförmige Gegend ein lebhafteres Aussehen. Aus den Mooren steckt die Erika Tetralix ihre blassroten Blüten heraus und die Hügel erhalten einen violetten Schimmer von dem jetzt erst aufgehenden Heidekraut. Nicht viel freundlicher ist hier die lebende Natur. Der Brachvogel sitzt einsam auf seinem Hügelchen und wiederholt den halben Tag lang seine langgezogenen schwermütigen Flötentöne. Die Moorleiche zwitschert sanft und traurig aus dem Postbusch, dem einzigen Baum der Wüste. Ein einzelner Auerhahn, von einem umherschleichenden Fuchs aufgescheucht, kreist ein kleines Stückchen weiter, fällt aber gleich wieder und verschwindet in dem dichten Heidekraut. An menschliche Bewohner wird man nur erinnert, wenn ein Hütejunge, umgeben von ein paar missratenen Schafen, auf seiner Groschenflöte pfeift. Nicht immer waren diese Hügel so öde und nackt. In alter Zeit waren sie dicht bewachsen mit Tannen und Birken und die Moore waren Seen, bestreut mit zahlreichen Schwärmen aller möglicher Schwimmvögel. Damals lag ungefähr dort, wo jetzt Rewell liegt, auf einer Landspitze oder Sandbank langs eine stolze herren herren Burg. Ein üppiger Apfelbaum Garten und davor zwei Reihen hoher Tannen umgaben die Burg und verbargen sie vollständig nach der Landseite. Erst wenn man über den letzten Hügel kam, erschienen die weißen Schornsteine zwischen den Wipfeln der Tannen. Nach der Seeseite zu gegen Süden stand die Burg frei und vom jenseitigen Ufer saß aus, als erhöbe sie sich aus dem Wasser. Ihre Bauweise war wie die aller anderen Schlösser aus jener Zeit ungestrichenes Eichenfachwerk mit Feldern dunkelroter Ziegelsteine, zwei Stockwerken, das eine über das andere hinaus gebaut, mit hervorragenden behauenen Balkonköpfen, vielen langen und schmalen Fenstern mit ganz kleinen Scheiben und Bleier. An allen vier Ecken runde ausgebaute Türme mit Kucklöchern und gerade vor dem Hause ein größerer, dessen Plattform über die Schornsteine hinausragte und mit acht Steinriesen geschmückt war. Zwei solche verteidigten mit erhobenen Holzsäbeln die hohe gewölbte Holztür. Hinter dem Burghof, zwischen diesem und dem Wirtschaftsgebäude lief ein tiefer, breiter Graben. Teilweise mit Rohr bestanden und darüber führte eine Zugbrücke. An jeder Seite der Brücke standen viereckige Steinpfeiler und oben darauf bemerkte man liegende Löwen. Vor dem Wirtschaftsgebäude und dem Garten Garten war war ein Eben solcher Graben mit Brücke als äußerste Befestigung der Burg. Vor vielen Jahren wohnte hier der wohlgeborene und mannhafte Ritter Henrik Sandberg, verheiratet mit der wohlgeborenen und tugendhaften Jungfrau Mette Dye. Ihre Ehe war mit einer einzigen Tochter gesegnet namens Else und sie wohl versorgt zu sehen war der höchste Wunsch der Eltern. Mütter pflegen in solchem Falle nicht nur zu wünschen sondern auch zu handeln. Frau Mette war nicht untätiger als andere Mütter sondern hatte ebenso geschickte wie ehrbare Verhandlungen mit dem tapferen und guten Mann Herrn Morgens Munk auf Arnsberg eingeleitet so dass der Tag zur Verlobung seines Junker Jens mit Jungfrau Else bereits bestimmt war. Er war auch schon gekommen und so gut wie schon vorbei. Das verlobte Paar stand vor dem Geistigen geschmückt mit mächtigen Halskrausen ihre Eltern die Verwandten und Bekannten in einem Halbkreise hinter ihm. Der Junker sah fest und keck auf die Schulter des Geistlichen und die Jungfrau schüchtern und bescheiden auf ihre Füße hinab. Er begann zu sprechen. Seine Stimme war männlich und voll Unwillkürlich verglich die Jungfrau sie mit der dicken geschwätzigen und nach der Mode der Zeit lispelnden sprach ihres Bräutigams. Rasch und verstohlen erhob sie ihre Augen zu dem Munde aus dem diese wohlklingenden Töne kamen und ein anderer Vergleich begann zwischen dem jugendlich schönen Antlitz dieses wohlehrwürdigen Mannes und dem Milchgesicht des Junkers. Über einer hohen weißen und glatten Stirn teilte sich das dunkelbraune Haar und viele natürlichen Locken auf die Halskrause. Schwarze Brauen wölkten sich über braunen feurigen Augen. Zwischen der schmalen Unterlippe und der keck aufgeworfenen Oberlippe glänzten Perlenreinen weißer Zähne und darunter bewegte sich im Eifer der Rede ein zierlicher Spitzbart. Ebenso rasch senkten sich die langen Augenwimpern des Mädchens über die dunkelblauen mattglänzenden Sterne des errötenden Gesichts. Herr Sören war gezwungen, die niedliche Braut anzusehen, aber je öfter er hinsah, desto verwirrter wurde er und das erhöhte seine Verwirrung noch mehr. Um es kurz zu machen, gerade als der Geistliche angefangen hatte, etwas zu salbadern, um Zeit zu finden, den verlorenen Faden der Rede wieder aufzunehmen, erbleichte die Jungfrau und begann und begann zu wanken. Ihr wird schlecht, rief er, und damit sang sie tatsächlich in die Arme der hinzueilenden Mutter. Ob diese Ohnmacht aus Angst über die Verlegenheit des Geistlichen oder aus Mitleid mit ihm entstanden war, ob sie verstellt war, um ihn zu retten oder sich selbst von der Verbindung mit dem Junker zu befreien, darüber waren die Meinungen geteilt, obgleich sie vielleicht eher hätten einig sein sollen. Wie dem auch sei, es wurde jetzt nichts aus der Trauung und, da sich Fräulein Else nie gesund genug fühlte, auch später nicht. Hiermit war Junker Jens durchaus nicht zufrieden, besonders, da eine Ahnung zur Ursache zur Entrückung des Ziels seiner Wünsche hatte. Einige Zeit darauf geschah es, dass er und der Pastor in Fieburg an einem öffentlichen Orte zusammentrafen, wo auch andere Adlige und Offiziere zugegen waren. Erhitzt von Wein und heimlichem Ärger begann der Junker auf den Pastor und auf die merkwürdige Einflechtung in seiner Rede zu sticheln. Der ließ ihn lange mit Kälte um ziemlicher Sanftmut abfallen. Das machte den Gegner nur dreister und gröber. Ah, Junker, sagte Jena schließlich aufgebracht, ihr verlasst euch auf den Rock, den ich trage und der, wie ihr wohl wisst, mich hindert, euch Anstand zu lehren. Ihr verlasst euch selbst auf euren Rock, versetzte der Junker, weil er euch das Recht gibt, ein Poltron zu sein. Dem lässt sich abhelfen, rief der Pastor, indem er den Rock auszog. Da liegt der Geistliche und hier steht der Mann. Habt ihr noch Lust, so kommt nur an, Junker Jens, ist hier niemand unter den guten Freunden, der mir seinen Degen leihen will? Ein Offizier gab ihm den Seinen und bot sich an, Sekundant zu sein. Ein anderer trat auf die Seite des Junkers und alle vier ritten auf die Heide südlich vor der Stadt hinaus. Herr Sören hatte in seiner Studentenzeit mit dem Degen seinen Mann gestanden und mehrere Male an deutschen Universitäten dreisten Burschen Moores gelehrt. Er war dem Junker gegenüber auf dem Platz. Dieser wurde, je länger, je mehr, durch die Kälte und das sichere Parieren des Gegners erregt. Er machte einen vergeblichen Ausfall nach dem anderen, sein Degen glitt immer wieder an dem breiten Feind vorbei, in dessen Gewalt er sich dauernd befand, der ihn aber edelmütig schonte. Da vereinte er alle seine Kunst und Kraft in drei rasch aufeinander folgenden Doppelflinten, deren Ergebnis war, dass er selbst seine Brust in den Degen des Gegenparts rannte. Sein Fall machte dem Zweikampf ein Ende. Die Wunde erschien den Sekundanten so bedenklich, dass sie dem Pastor rieten, sich auf sein Pferd zu setzen und zu fliehen. Los tat er, er erreichte binnen einer Stunde sein Haus, raff in aller Eile sein Geld und die notwendigsten Kleider zusammen und warf sich auf ein anderes, ebenso schnelles Pferd. Bedrückt von Furcht, Reue und Ungewissheit wandte er sich nach Süden. Sein Weg führte an Revel vorbei, die Sonne war im Begriff unterzugehen, und die hohen Tannen verbreiteten bereits über Hof- und Gartendämmerung. Im Schatten wandelte langsam mit geneigtem Haut die schöne Maid. Die gefalteten Hände hielten ein Strauß bunter Feldblumen, und wer sie so sah, konnte leicht vermuten, dass sie an einen geliebten Freund dächte, und dass der Ritter, der ihr entgegentrabte, dieser Freund wäre. Denn sobald sie ihn erblickte, ließ sie die Blumen aus den Händen fallen und bog tiefer in die Allee ein. »Lebt wohl, edle Jungfrau«, sagte er, ohne sein Pferd anzuhalten. »Vergebt, so wird euch vergeben werden.« Mit der Rechten drückte er den Hut tiefer und stob in sausendem Galopp davon. Verwundert, verwirrt und fast betäubt, stierte sie ihm nach und die Dunkelheit brach ein, ehe sie zum Schloss zurückkehrte. Schnell traf die Schreckensbotschaft ein, dass der Pastor ihren Bräutigam erstochen hatte. Dass die Jungfrau ein unverhohlenes Entsetzen und danach eine ebenso unverhohlene Trauer zeigte, war sehr natürlich. Aber der wahre Grund zu diesen Gemütsregungen war für allein Geheimnis, mit Ausnahme des trauernden Mädchens selbst. Da jedoch die Eltern dachten, die Trauer gelte Junker Jens, mussten sie diese nicht allein billigen, sondern auch ihre hartnäckige Weigerung, eine andere Verbindung einzugehen. So verran ein paar Jahre, in deren Verlauf Frau Mette das Zeitliche segnete, gerade als sie im Begriff stand, die Tochter der Hand zum zweiten Mal zu vergeben. Und dadurch behielt Jungfrau Elsie ihre Freiheit, denn der Vater auferlegte niemals einem Menschen einen Zwang, wenn er selbst nur ungestört fischen und jagen konnte. Aber leider blieb ihm beides versagt. Die Kriegstrommette rief ihn aus seiner ländlichen Ruhe und Freude zum Kampf gegen Schwedens Krieger. Er musste seine liebe Tochter als Oberbefehlshaber des Schlosses zurücklassen, nachdem er ihr vergebens vorgeschlagen hatte, sich zu ihrem alten Onkel, Herrn Thüger, auf Kersholm zu begeben. In Wahrheit ahnte niemand die unglückliche Wendung, die der Krieg nehmen sollte. Denn noch nie hatte der alte Herrensitz der Sandberg einen bewaffneten Schweden gesehen. Zwei Monate nach dem Auszuge des Ritters kamen zwei Diener mit seinem Degen in seiner Standarte heim. Beide waren mit schwarzem Flur umwunden und verkündeten den ehrlichen Tod des tapferen dänischen Mannes im unglücklichen Kampfe gegen Dänemarks siegreiche Feinde. Diese waren über die Grenzen des Landes gedrungen und kam mit jedem Tage näher. Schließlich wehte die erste feindliche Fahne über der Graterheide und ein Ritterhaufen zog in blinkenden Rüstungen auf Rewe ein. Der Anführer war ein bejahter Mann von Raum und wildem Äußeren, dessen erster Blick alle auf dem Hof in Schrecken versetzte, nur nicht dessen jungfräuliche Herrscherin. Mit ruhiger Würde ging sie dem Geharnischten entgegen, entbot ihm und seinen Leuten alles, was das Hause an Speis und Trank vermochte und er bat sich eine Sufgarde. Die sollt ihr haben, mein schönes Fräulein, versetzte ihr, wenn ihr gut einschenken wollt. Lasst uns erst den Weinkeller besehen. Gesagt, getan. Er besuchte die Weinfässer den ersten wie alle anderen Tage, so dass er mithilfe seiner Ritter nach Verlauf eines Monats das letzte gelehrt hatte. Tja, und damit waren auch seine Höflichkeit und seine gute Laune vorbei. Die Sufgarde musste jeden Tag mit barem Gelde bezahlt werden. Glücklicherweise dauerte es nicht lange, bis er mitsamt seiner feuchten Sufgarde den Hof verließ, nachdem er noch Fräulein Elsys Kasse recht ernstlich zugesprochen hatte. Kaum war er draußen und sein Ritter Geschwader einzog, geführt von einem jungen, schönen und artigen Adligen. Die Jungfrau ging ihm wie dem vorigen entgegen und brachte ihre Bitten vor. Dessen bedarf es nicht, meine schöne Dame, sagte er. Ich sehe ja, dass der Hof bereits eine himmlische Sufgarde hat. Sie bedauerte errötend, dass der Vorgänger im Weinkeller reinen Tisch gemacht hatte. Ach, schadet nichts, versetzte der galante Krieger, anstatt um Wein bitte ich nur um einige Tropfen Nektar. Ja, aus dieser Einleitung ersieht man schon, wie es die arme Else Sandberg mit ihm getroffen hatte. Doch hielt sie ihn durch ihre kühle Haltung und ihren ernsten Widerstand in den Schranken der Sittlichkeit. Vielleicht hätte der gefährliche Feind zuletzt dennoch gesiegt, wenn er nicht gerade zur rechter Zeit Marschorder erhalten hätte. Darauf kam ein Pole, der sich nichts weiter aus Weinen und Küssen machte, aber dafür ein desto größerer Liebhaber der Sache an sich war. Er konnte kein Dänisch und auf Deutsch nur drei Worte Geld, Gold, Silber. Die aber wandte er so oft und so nachdrücklich an, dass Jungfrau Else nach wenigen Tagen den Boden ihres Geldschreins sehen konnte. Außerdem hatte er die Angewohnheit, nach jeder Mahlzeit Löffel, Messer, Gabel und Becher an sich zu nehmen. Eines Tages lief die Nachricht ein, dass die Brandenburger in der Nähe seien. Und nun fing ein ordentliches Plündern an. Was sich an Gold, Silber und brokatenden Kleidern befand, wurde in eine eisenbeschlagene Kiste gepackt und diese auf einen Wagen gesetzt, der den fortreitenden Polen nachgefahren werden sollte. Kaum hatte er den Hügel östlich des Hofs und des Sees erreicht, als die Brandenburger den westlichen Hügel herunterkam. Die Bedeckung, die sah, dass sie bald eingeholt werden und die Kiste damit den Feinden in die Hände fallen würde, hob sie vom Wagen und ließ sie den steilen Abhang hinunterrollen. Klirrend Klirrend wälzte sie sich um ihre eigene Achse und gerade in den See hinein, der sehr tief war. Da liegt sie noch heute, doch nicht mehr von Wasser bedeckt, sondern von Torferde und Heidekraut. Häufig brennt Licht darauf und oft ist nach ihr gegraben worden, doch vergebens. Niemand kann die richtige Stelle finden. Denn wenn man sich nähert, verschwindet das Licht, das sich immer nur in geraumem Abstande zeigt. Verzagt und beinahe von Sinn von so vielen Plünderungen und Anfechtungen trat Fräulein Else dem brandenburgischen Offizier mit diesen Worten entgegen. Lieber Herr, ihr kommt hier in ein leeres Haus, Speise und Trank, Geld und Geldes Wert ist alles euren Vorgängern zur Beute gefallen. Nur ein Notpfennig und einige Kleinigkeiten meiner seligen Eltern habe ich geborgen, aber ich will euch gleich zeigen, wo es steht, damit ihr damit nach eurem Willen verfahren könnt. Diese Worte sowie ihre Schönheit machten einen so heftigen Eindruck auf den Barschen Krieger, dass er lange nicht zu Antworten vermochte. Fürchtet euch nicht, edle Jungfrau sagte er mit schwacher und fast zitternder Stimme. Ich komme ja als Freund, setzte er mit einem besonders zärtlichen langen Blick hinzu, der so sonderbar auf sie wirkte, dass sie erbleichte und ihn plötzlich verließ. Erst nach drei Tagen erhielt er die Erlaubnis, sie wiederzusehen. Eine Erlaubnis, die darauf jeden Tag erneuert und auf den ganzen Tag ausgedehnt wurde. Um die Geschichte zu Ende zu bringen, können wir berichten, dass sie drei Wochen darauf Mann und Frau waren. Und sechs Wochen später, als nun der Friede geschlossen war, fuhren beide miteinander nach Deutschland. Und man hat seitdem nie wieder ein Wort von ihnen gehört. Einige Zeit nach ihrer Abreise fand man auf einer Fensterscheibe im Zimmer des Offiziers diese Worte eingeritzt. Sören Matzen Lime, ehemals Pastor, in Torning Jetzt Rittmeister in Kur-Brandenburgischen Diensten Späte Rosen Ich befand mich in der Nähe einer norddeutschen Stadt auf dem Landhause eines Freundes. Wir hatten einen großen Teil der Jugend zusammen verlebt, bis wir fast am Schlusse derselben durch die Verschiedenheit unseres Berufes getrennt wurden. Während der 20 Jahre, die wir uns nicht gesehen, war er der Chef eines von ihm gegründeten, bedeutenden Handlungshauses geworden. Mich hatten die Verhältnisse in die Fremde getrieben und dort für immer festgehalten. Jetzt war ich endlich einmal wieder in der Heimat. Die Frau des Hauses hatte ich bisher noch nicht gekannt. Sie war nicht jung mehr, aber in ihren Bewegungen war noch die Leichtigkeit der Jugend und ihre ruhigblickenden Augen waren noch von einer kindlichen Klarheit. Es herrschte zwischen diesen beiden Menschen, wie ich bald zu bemerken Gelegenheit hatte, eine gegenseitige, fast bräutliche Rücksichtnahme. Wenn sie zum Frühstück frisch gekleidet in den Saal trat, suchten ihre Augen zuerst nach ihm und taten an die Seinen die stille Frage, ob sie ihm so gefalle. Dann verschwand für einen Augenblick die tiefe Falte von seiner Stirn und er empfing ihre dargereichte Hand, als werde sie erst eben ihm geschenkt. Mitunter, wenn er in seinem Arbeitskabinett am Schreibtische saß, trat sie aus ihrem Wohnzimmer oder aus dem davorliegenden Gartensaal und setzte sich schweigend neben ihn. Oder sie war ungesehen hinter seinen Stuhl getreten und legte still die Hand auf seine Schulter, als müsse sie ihn versichern, dass sie in seiner Nähe, dass sie für ihn da sei. Es war im Oktober an einem klaren Nachmittag. Mein Freund war eben nach Beendigung seiner Geschäfte aus die alte Zeit beredend auf der breiten Terrasse vor dem Hause, von der man über den tiefer liegenden Garten und über eine darangrenzende grüne Wiesenfläche auf das dunkle Wasser der Ostsee bucht und jenseits dieser auf sanft ansteigende Buchenwälder hinaussah, deren Laub sich schon zu färben begann. Dies alles und der tiefblaue Herbsthimmel darüber war von den hohen Pappeln, die zu beiden Seiten der Terrasse standen, wie von dunklen Riesenkulissen eingefasst. Die Frau meines Freundes war, ihr jüngstes Töchterchen an der Hand, aus der offenen Flügeltür des Gartensaales getreten und mit einem stillen Lächeln an uns vorüber gegangen. Sie wollte sich nicht in unsere Schattenwelt drängen, an der sie keinen Teil hatte. Nun stand sie mit dem Kinder auf dem Arm am Rande der Terrasse und blickte einem vorüberziehenden Dampfschiffe nach, dessen Rädergebrause schon eine Zeit lang die Stille der Landschaft unterbrochen hatte. Ihre hohe Gestalt, die Umrisse ihres edlen Kopfes hoben sich deutlich gegen den dunklen Himmel ab. Unser beider Augen mochten ihr unwillkürlich gefolgt sein, denn das Gespräch verstummte. Ich langte gedankenlos nach den Trauben, die in einer Kristallschale vor uns auf dem Marmortische standen. So hat es kommen müssen, sagte ich endlich, indem ich den Gegenstand unserer Unterhaltung noch einmal wieder aufnahm. Ich, der sogar mit Kastanien und Kirschenstein Handel trieb, wurde ein Mann der Wissenschaft. Und du, wo sind deine Trauerspiele geblieben, die du als Sekundaner schriebst? Die italienische Befürchtung, erwiderte er lächelnd, ist ein scharfes Pulver gegen die Poesie. Und gleichwohl habe ich noch den festen Willen hinzutun müssen, damit das Mittel anschlug. Er sah mich mit seinen dunklen Augen an, die noch den idealen Zug verrieten, der ihnen seine Jugend auszeichnete. »Es mag dir Mühe genug gekostet haben«, sagte ich. »Mühe«, wiederholte er langsam, »es ist vielleicht das Wenigste, was es mich gekostet hat.« Und dabei fiel ein Blick zu seiner Frau hinüber von einer Seuchen Energie der Zärtlichkeit, von einer Freude des Besitzes, als habe er die Geliebte erst vor kurzem Sicherung. Unwillkürlich musste ich eines kleinen Vorfalls am ersten Tage meines Hierseins gedenken. Damals beim Eintritt in das Arbeitskabinett meines Freundes fiel mein erster Blick auf das neben seinem Schreibtisch hängende Bildnis eines schönen jugendlichen Mädchens. Es war in Öl gemalt, in klaren lichten Farben und von einer wahrhaft leuchtenden Heiterkeit und Lebensfrische. Auf meine Frage, wen es vorstelle, erwiderte Rudolf, es ist das Bildnis meiner Frau. Das heißt, setzte er hinzu, des Mädchens, das später meine Braut und dann meine Frau geworden ist. Es war für die Großeltern gemalt und ist aus deren Nachlass an sie zurück gelangt. Er war bei diesen Worten gleichfalls vor das Bild getreten, während ich in Gedanken die jugendlichen Züge mit flüchtig gesehenen Frau verglich. Als ich nach einer Weile mich zu ihm wandte, trug sein Antlitz den unverkennbaren Ausdruck einer fast schmerzlichen Innigkeit, den ich mir bei meinem längeren Aufenthalte immer weniger zu erklären wusste. Denn dieses Mädchen war ja sein geworden. Sie lebte und so schien es, sie beglückte ihn noch jetzt. Nun, als in diesem Augenblick die schöne, ruhige Gestalt vor uns von der Terrasse in den Garten hinabstieg und da ich nicht fürchtete, eine ungeheilte Wunde zu berühren, vermochte ich meine damalige Beobachtung nicht länger zu verschweigen. Was war das, Rudolf? sagte ich und nahm die Hand meines Jugendfreundes. Sage mir es, wenn du es kannst. Er blickte noch einmal in den Garten hinab, hinter dem aus den Wiesen schon die Abendnebel aufzusteigen begann. Dann strich er sich das schlichte Haar von der Stirn und sagte mit dem herzlichen Ton seiner mir einst so vertrauten Stimme, es ist kein Unrecht dabei und auch kein Unheil, ich kann es dir schon sagen, soweit so etwas überhaupt sich sagen lässt. Du hast es seiner Zeit aus meinen Briefen erfahren, wie ich meine Frau vor nun fast 15 Jahren in meinem elterlichen Hause kennenlernte. Sie besuchte meine Schwester, mit der sie im Bade auf unseren Westseeinseln zusammengetroffen war. Ich lebte damals in der anstrengendsten und aufreibendsten Tätigkeit. Ein Kompagnon, auf dessen Mitteln ein Teil des kaum aufgeführten Handelsgebäudes rute, war plötzlich ausgeschieden und das Fehlende musste auf eine andere Weise und in kürzester Frist ersetzt werden. Dazu kam die Errichtung der Dampfschifffahrt Sozietät, die ich schon derzeit im Plane hatte, dessen Ausführung aber die Eifersucht unserer Nachbarschaft immer neue Hindernisse entgegenstellte. Ich bedurfte, wenn ich den Tag in Arbeit und Aufregung hinbrachte, einer ermutigenden Teilnahme, eines Zufluchtsortes, an dem ich mein Herz ausruhen konnte. Beides fand ich bei der jungen Freundin meiner Schwester. Abends im elterlichen Garten, beim Auf- und Abwandeln zwischen den Ligusterzäunen, waren meine Pläne und meine Sorgen der Gegenstand unserer Gespräche. Sie hatte ein Ohr und Verständnis für alles. Die Einfachheit und Sicherheit ihres Wesens, die du neulich am ersten Tage deines Hierseins an ihr bewundert ist, waren schon damals vorhanden. Doch auch der Mutwille der Jugend war ihr nicht fremd. Ich erinnere mich eines Abends, wo ich den beiden Mädchen an dem alten Gartentisch in der Laube gegenüber saß. Es war an diesem Tage aller Art Unglück für mich hereingebrochen. In einem augenblicklichen Anfalle von Mutlosigkeit rief ich aus, es geht am Ende dennoch über meine Kräfte. Sie antwortete nicht darauf, aber sie stützte schweigend das Kinn in ihrer Hand und sah mich eine Weile wie mit zürnenden, erstaunten Augen an. Dann wandte sie den Kopf zu meiner Schwester und sagte lächelnd, siehst du, er glaubt schon selbst nicht mehr daran. Und sie hatte recht, schon in den nächsten Wochen fühlte ich, dass meine Kräfte reichten. Es verstand sich endlich fast von selbst, dass sie ihre Hand in meine legte, dass ich sie festhielt. Andere sagten mir von ihrer Schönheit. Ich sah sie darauf an, ich hatte nie daran gedacht und dachte auch ferner nicht daran. So ward sie meine Frau. Eine Genossin des Lebens, das der Tag mir brachte und in immer erneuter Aufgabe zur Lösung vor mich hinstellte. Du wirst dich dessen erinnern, denn ich habe dir damals öfter geschrieben, wie von nun an ein Wirrsal nach dem anderen gelöst wurde. Mir war dabei fast, als geschehe es durch ihre Hand, denn sie an ihrem Platze wusste alles zur rechten Zeit zu tun. Sie verstand die stumme Sprache der Dinge, vergleich der Goldmarie des Märchens, die es im Vorübergehen aus den Bäumen rufen hört, schüttle uns, wir Äpfel sind alle miteinander reif. Schon nach einigen Jahren vermochte ich dies Landhaus zu erstehen und unseren einfachen Wünschen gemäß einzurichten. Aber mit dem Glück, das mich begünstigte, mehrten sich auch meine Geschäfte. Ich hatte nicht sie, sie hatten mich. Ich war eingefangen in einem Netz von Kombinationen, deren eine immer die andere ablöste. Alle Kräfte meines Geistes waren in diesen einen Dienst gegeben, der sie Tag für Tag in Anspruch nahm. Mein Freund hielt inne. Seine älteste zwölfjährige Tochter war aus dem Hause zu uns getreten und fragte nach der Mutter. Er nahm sie in seinen Arm und heuchte nach dem Garten hinunter. Drüben von dem Glashause her, das mit seiner weißen Fürst neben der Gartenmauer aus dem Gebüsch ragte, hörte man das Lachen der Kleinen. Und dazwischen wie beschwichtigend die Stimme der Mutter. Geh, Jenny, sagte er lächelnd, es sind zwei große Feigen reif, ihr dürft sie nehmen. Sie nickte und fort war sie. Die Treppe hinab und durch die Rasenpartien, welche sich unterhalb der Terrasse ausbreiteten, seitwärts im Gebüsch verschwunden. Der Vater sah ihr einen Augenblick nach. Dann fuhr er fort, es war im Frühling eines Sonntagnachmittags. Das schlanke Mädchen, das wir eben zur Mutter hinabgeschickt, mochte damals kaum ein halbes Jahr zählen. Der Gartensaal hier an der Terrasse war eben ausgemalt, die Frühlingssonne beschien den Estrich, und durch die offenen Flügeltüren drang der Duft der sprießenden Blätter und Knospen. Ich hatte auf dem Sofa sitzend ein Buch zur Hand genommen, das Gleichen mir seit lange nicht mehr vor Augen gekommen war. Ich weiß nicht, gedachte ich deiner und unserer einst so eifrig betriebenen altdeutschen Studien, oder wollte ich mich nur vergewissern, dass hier draußen für mich eine andere Welt sei als drüben in der Stadt zwischen den dunklen Wänden meiner Schreibstuben. Es war Meister Gottfrieds Tristan, den ich aufgeschlagen hatte. In einiger Entfernung mir gegenüber am Fenster saß meine Frau mit einer weiblichen Arbeit beschäftigt. Neben Mann im Zimmer schlief das Kind in seiner Wiege. Es war alles still, Nichts störte mich mit Tristan und Isolde die Mehrfahrt zu Beginn. Die Kehle streichten hin, in der einsamen Mittagsstunde sitzt Isolde auf dem Verdeck. Der Sommerwind weht in ihren goldenen Haaren, aber ihre Augen quellen über, aus Wehen nach der Heimat, aus Furcht vor der Fremde, wo sie des greisen Königs Gemahl werden soll. Tristan will sie trösten, aber sie stößt ihn zurück. Sie hasst ihn, weil er ihren Ohm Morold erschlagen hat. Die Luft geht schwül, sie dürstet. In der Schiffs Kemenate, schlecht verwahrt, steht der Minnetrank, der Isoldes Herz dem alten Bräutigam entzünden soll. Ein kleines Fräulein ruft, seht, hier steht Wein, und Tristan bietet ahnungslos der Königin den Becher. Sie trank mit Zaudern, ihr war so schwer, und gab es ihm, da trank auch er. Und nun beginnt das Zauberspiel des alten Dichters. Wir leben mit ihnen in ihrem Zweifel und ihrer Herzensgier, wie sie nicht wollen und doch müssen, wie sie noch glauben, frei zu sein und dennoch fürchten, es zu werden. Unaufhaltsam quellen die süßen Ferse hervor, mit ihrer heimlich dringenden Weise betören sie das Herz. Ich sah sie vor mir, das schöne jugendliche Paar, wie sie zusammen am Bord des Schiffes lehnen. Sie blicken hinaus über das Wasser, um nicht zu sehen, wie ihre Hände heimlich ineinander ruhen. Und während sie ganz einer in dem anderen trunken sind, reden sie wie zufällig fremde Worte von Meer und Nebel, von Luft und See. Der Duft des Bechers, den der alte Meister seinem Leser so nahe zu bringen weiß, stieg auf und begann auch an mir, sein Zauberwerk zu üben. Durch die Dichtung wurde etwas in mir bewegt, was das Leben bis dahin hatte schlafen lassen. Ich hatte diese andere Welt nicht kennengelernt, die Tristan und die Solde nun ihre eigenen unerbittlichen Gesetze aufnötigt. Mit der der Dichter selbst, wie er zu Anfang seines Werkes sagt, verderben und gedeihen will. Ich sah von dem Buch zu meiner Frau hinüber. Damals, mein Freund, lag noch der Duft der Jugend auf ihren Wangen. Durchs Fenster fielen die Schatten der jungen Pappelblätter auf ihre Stirn und bewegten sich leise hin und wieder, während sie die Augen auf ihre Arbeit niedergeschlagen hatte. War sie nicht ebenso schön, wie der Minne Federspiel? Oder war der Minne Becher kein bloßes Symbol und bedurfte es wirklich des geheimnisvollen Trankes, um diesen holden Wahnsinn zu erschaffen? In diesem Augenblick erwachte nebenan das Kind. Die junge Mutter stand auf und warf die Arbeit hin. Aber während sie durch den Saal ging, sah sie mich mit ihren schönen heiteren Augen an und winkte mir, ihr zu folgen. Ich musste lächeln. Was willst du noch? sagte ich halblaut zu mir selbst und schlug das alte Zauberbuch zu. Und schon war sie zurück und brachte mir das Kind, das die großen verschlafenen Augen gegen die helle Frühlingssonne aufriss. So blieb es ruhig zwischen uns, wie es gewesen war. Ein Jahr nach dem anderen ging dahin und während dieser Zeit verblühte allmählich die schöne jugendliche Frau an meiner Seite. Ich sah es nicht, ich hatte kein Auge dafür, wie die Züge ihres lieben Angesichts unmerklich, den weichen Umriss der Jugend verloren und wie der Seidenglanz ihres blonden Haares erlosch. Nur ihres geistigen Wesens wurde ich mir immer klarer bewusst, ich fühlte deutlich, wie es sich immer fester begründete und ebenso, wie ich sie immer mehr verehrte. Vor drei Jahren wurde uns noch eine zweite Tochter geboren, horch nur, sie sind im Glashause, wie sie mit der Schwester disputiert. Indessen hatten sich meine Arbeiten allmählich vereinfacht, die Geschäfte gingen ihren geordneten Gang, so dass ich manches anderen Händen überlassen konnte. Mein Leben gewann endlich wieder Raum für andere Dinge. Da das Notwendige ohne Zwang geschehen konnte, so machte sich der dem Menschen eingeborene Drang nach Schönheit wieder geltend. Ich gab dem Garten seine jetzige Gestalt und ließ dort unten das Rosarium anlegen. Du hörtest schon, dass sie die Rosen vor allen anderen Blumen liebt. Im Jahre darauf wurde hinter demselben der geräumige Pavillon erbaut. Die Holz Mosäk des Fußbodens, die Sessel und was sonst an Gerät hineingehörte, ließ sich nach Zeichnungen eines befreundeten Architekten von geschickten Handwerkern anfertigen. Die hohen Fenster wurden zur Hälfte mit hellgrauen seidenen Gardinen verhangen, sodass ein gedämpftes wohltuendes Licht entstand. Hier in dieser Gartenstille las ich zum ersten Mal in ungestörtem Zusammenhange die alten ewigen Gesänge, die Odyssee, die Nibelung. Ich las sie laut, denn sie saß neben mir und hörte, und ihre fleißigen Hände ließen unbewusst die Arbeit ruhen. Auch die Hausmusik war nicht vergessen, mir hatte das Leben keine Zeit zur Ausübung einer Kunst gelassen, aber meine Frau verstand es zu singen, und sie hat es schon immer gern in meiner und der Kinder Gegenwart getan. Nun traten andere hinzu, die ein Gleiches leisteten. Denn unmerklich hatte sich uns ein kleiner Kreis teilnehmender und gleichgesinnter Menschen angeschlossen. So war im Juni vorigen Jahres mein 40. Geburtstag herangekommen. Die Frühsonne weckte mich, sonst schlief noch alles. Ich kleidete mich an und ging durch das schweigende Haus auf die Terrasse. Der Rasen unterhalb derselben war noch in tiefem Schatten. Nur die Spitzen der Bäume und der goldene Knopf des Gartenhauses leuchteten in der Morgensonne. Drüben auf dem Wasser lag noch der weiße Nebel, aus dem die schwankende Spitze eines Mastes nur dann und wann hervorsah. Ich stieg langsam in den Garten hinunter, ganz erfüllt von dem Gefühl der süßen, unberührten Frühe. Ich trat leise auf, als fürchte ich, den Tag zu wecken. Am vorhergehenden Abend war ich wieder einmal über Meister Gottfrieds Tristan geraten und hatte mich ganz in das alte Buch vertieft. Es waren die letzten Blätter, die dieser anmutige Dichterhand geschrieben. Der Minnetrank hat seine Zauberkraft bewährt. Die schöne Königin Isolde und Tristan, des Königs Neffe, sie konnten voneinander nicht lassen. Der alte, langmütige König hat endlich die Schuldigen verbannt. Der Dichter aber tut seinem klopfenden Herzen Genüge und führt seine Lieblinge fern von den Menschen in die Wildnis. Kein Lausche ist ihnen gefolgt. Die Sonne scheint, die Kräuter duften. In der ungeheuren Einsamkeit nur sie und er. Um sie her, der säuselnde Wald und unsichtbar in den Lüften der unablässige Gesang der Vögel. Sie wandeln im Abendschein durch die Wiese, hin, wo der kühle Brunnen liegt. Dort sitzen sie nieder unter der Linde und blicken zurück nach der Felsengrotte, wo sie die Nacht zusammenruten. Sie reiten bei Sonnenaufgang durch die taubbenetzte Heide auf die Pirsch, die Armbrust in der Faust, die Ross aneinander drängt, Isoldes goldenes Haar um Tristans Schultern wehnt. In der stillen Morgenluft stiegen die Bilder der Dichtung wie Träume in mir auf. Indessen war die Zeit vorgerückt, die Sonne schien warm auf die Gartensteige, die Blätter tropften, die Wohlgerüche der Blumen verbreiteten sich, und in den Lüften begann das feinige Tön der Insektenwelt. Ich empfand die Fülle der Natur, und ein Gefühl der Jugend überkam mich, als läge das Geheimnis des Lebens noch unentsiegelt vor mir. Ich beschleunigte meinen Schritt, ich trat fester auf, unwillkürlich streckte ich den Arm aus und brach einen blühenden Zweig von dem Gebüsch, das nebenan im Rasen stand. Unten vor dem Pavillon standen noch die Gartenstühle, wie wir sie am Abend verlassen hatten. An den verschlossenen Läden rieselte der Tau herab. Ich nahm den Schlüssel aus seinem Versteck unter der Treppenstufe und sperrte die Türen auf, damit die Morgenluft hineindringen könne. Dann ging ich zurück, rüttelte im Vorübergehen an der verschlossenen Tür des Glashauses und trat nach einer Weile durch den Gartensaal in das Wohnzimmer meiner Frau. Es rührte sich noch nichts im Hause, die Morgenruhe lag noch in allen Winkeln. Aber ein starker, frischer Rosenduft schien die Nähe eines Geburtstagstisches zu verraten. Als ich die Tür meines Arbeitszimmers öffnete, fielen meine Augen auf ein Ölgemälde in ovaler Medaillonform, das angelehnt auf meinem Schreibtisch stand. Es war das lebensgroße Profilbild eines Mädchenkopfes. Über dem schweren Goldrahmen, der es einfaßte, lag eine Gerlande von vollen roten Zintifolien. Der Kopf war ein wenig zurückgeworfen, das glänzende blonde Haar schien erst eben von einer leichten Hand zurückgestrichen. Auf den halb geöffneten Lippen lag der köstliche Übermut der Jugend. Ich stand atemlos und starrte das schöne jugendliche Antlitz an. Mir war, als dürfe ich meine Nähe nicht verraten, als könne von einem unvorsichtigen Hauche alles in Duft verwehen. Es musste eine Welt von Frühlingssonnenlichtes sein, in welche diese jungen, lachenden Augen hinaussahen. Ich neigte unwillkürlich das Haupt. Sie, sie wäre es gewesen, mit ihr wäre auch ich in jener Einsamkeit geflohen, nach der jedes Menschenherz einmal verlangt. Rudolf fasste meine Hand. Und weshalb war sie es nicht gewesen? Du kennst das Bild. Was ich gesehen, war nicht die Fantasie eines Malers, nicht etwa die blonde Königin Isolde, die vielleicht niemals gelebt hat. Dies Antlitz vor mir hatte dem Leben, meinem eigenen Leben angehört. Und so war sie einst gewesen, die vor vielen Jahren ihre Hand in meine legte, die noch an meiner Seite lebte. Ich blickte wieder auf. Es ließ mich nicht. Der Duft nach Schönheit überwältigte mich ganz. Der Anfang eines alten Liedes fiel mir ein. O Jugend, o schöne Rosenzeit! Sie hatte es damals in meinem elterlichen Hause oft gesungen. Ich streckte die Arme nach dem Bilde aus, als müsse sie so noch einmal wiederkehren. Als sei diese süße jugendliche Gestalt noch nicht für immer der Vergangenheit anheimgefallen. Da plötzlich, während mein Herz von Reue und von vergeblicher Sehnsucht zerrissen wurde, überkam ich ein Gedanke unzweifelhaften, unaussprechlichen Glückes. Sie, die das einst gewesen war, sie selber lebte noch, sie war in nächster Nähe. Ich konnte schon jetzt, in diesem Augenblick noch bei ihr sein. Ich verließ das Zimmer, ich suchte sie, aber sie war nicht mehr im Hause. Als ich in den Garten hinabging, kam sie mir unterhalb der Terrasse entgegen. Sie sah mich lächelnd an, als wollte sie in meinen Augen die Freude über ihr Geburtstagsangebinde lesen. Aber ich ließ ihr keine Zeit, ich fasste schweigend ihre Hand und führte sie in den Garten hinab. Und wie sie in dem weißen Morgenkleide in ihrer mädchenhaften Weise neben mir ging, mit ihren stillen Augen, mich fragend und erstaunt betrachtend, wie ihre Hand so leicht und hingegeben in der Main lag, da konnte ich nicht erwarten, mich anbeten, vor ihr niederzuwerfen. Denn alle Leidenschaft meines Lebens erwachte und drängte ihr entgegen, ungestüm und unaufhaltsam. Rudolf schwieg einen Augenblick. Dann sagte er leise, indem er vor sich in das Abendrot blickte, das schon mit seinem letzten Schein am Himmel stand, »So habe auch ich noch aus dem Minnebecher getrunken, einen tiefen, herzhaften Zug. Zu spät aber, dennoch nicht zu spät.« Wir saßen schweigend nebeneinander. Allmählich brach die Dunkelheit herein. Im Garten war alles still geworden. Aber im Pavillon unten waren schon die Lichter angezündet und schienen durch die Büsche. Nun wurde ein Akkord angeschlagen und von einer tiefen Altstimme gesungen klangen die Worte durch die Nacht, O Jugend, O schöne Rosenzeit. Lang, lang ist's her. Um die Zeit, als es dort noch Leierkastenmänner gab, ging ich an einem schönen Sommerabend mit meinem Freunde, dem Musikdirektor Leonard Brunn, den ich seit Jahren nicht gesehen hatte, in den Tiergarten. Mitten im besten Gespräch näherten wir uns dem ersten der dort aufgestellten Orgeldreher, der Tag für Tag an derselben Stelle seinen musikalischen Beruf ausübte. Indem er in auffallender Weise zur Andeutung seiner Blindheit auf der schon ganz blank getasteten Wachstuchdecke seines musikalischen Kastens umherstrich und nach hitweigen Dreiern tappte, spielte er eine jener infamen aller Weltsmelodien, die zuweilen als eine Art von musikalischer Epidemie über die Menschheit verhängt werden. Zu meiner größten Verwunderung griff mein Freund Leonard Brunn, der sonst die Orgeldreher im Allgemeinen und dieses Lied im Besonderen ingrimmig hasste, in seine Tasche und reichte dem blinden Kollegen in fürstlicher Freigiebigkeit ein Silbergroschen. Wir fuhren in unserem Gespräch fort und gerieten im Laufe dessen zu dem Denkmal Friedrich Wilhelms des Dritten, hinter dem der alte, freundliche Herr mit der Militärmütze bereits seit grauen Vorzeiten jeden Nachmittag die letzte Rose von sich gab. Die an Verschwendung streifende Freigiebigkeit meines Freundes wiederholte sich. Da er sonst ganz vernünftig sprach und mir soeben noch über die Anwendung der Posaunen im Orchester einen lehrreichen Vortrag gehalten hatte, vermochte ich mir durchaus keine Vorstellung zu machen, wie diese abnormale Handlungsweise zu erklären sei. Und nachdem ich einige Zeit nachdenklich anhergeschritten war, sagte ich dies auch meinem Freunde. Da wir jedoch gerade in die Nähe eines melancholischen Trauerkreises gekommen war, der seine Orgel so trübselig drehte, als sei es ein Kindersarg mit einer Kurbel daran, antwortete Leonard einstweil nicht, sondern er schmunzelte nur etwas und blinzelte ein wenig mit den Augen. Und obgleich dieser traurige Mensch die Kutschke Polka in einem Tempo spielte, als wolle er ihre Brauchbarkeit bei Begräbnisfeierlichkeiten nachweisen, erhielt auch er einen Silbergroschen. Als nun der gerührte Leiermann auf seinem Trauerkasten ein anderes Register zog und uns dankbar, Röschen hatte, einen Piepmatz im Tempo eines Chorales nachsendete, da lächelte mein Freund Leonard, wohlwollend, wie ein Verklärter, der haben ist über die Plagen dieses irdischen Jammertales. »Lass uns in den Zoologischen Garten gehen«, sagte er dann. »Dort suchen wir uns eine heimliche Bank und ich erzähle dir eine Geschichte.« Von der Lichtensteinbrücke her, wo ein behäbiger kleiner Invalide seine musikalische Weglagerei betrieb und dem harmlosen Wanderer den Pass verlegte, schallte es nun von Ferne herüber, »Lang, lang ist's her!« Und Leonards Züge verklärten sich. »Das ist der Rechte«, sagte er. »Der Mann versteht seine Zeit.« Er griff in die Tasche und mit Schauder und Staunen sah ich ein blankes Markstück in seiner Hand blitzen. »Leonard«, rief ich, »du wirst doch nicht!« Aber siegreich und heiter schritt er auf den Leihemann zu und vollführte den Akt wahnsinnigster Verschwendung, der mir jemals vor Augen gekommen ist. »Ihr seid ein tüchtiger, alter Kerl«, sagte er und klopfte dem fast erschrockenen Orgelmann auf die Schulter. »Ihr habt Talent!« »Leonard«, sagte ich, »bedenke doch, was der Mann für einen günstigen Posten hat, hier an diesem Engpass. Der ist möglicherweise reicher als du!« »Schadet nichts«, sagte er. »Höre nur erst meine Geschichte.« Ich kann sagen, dass ich nicht wenig gespannt war, ein Erlebnis zu erfahren, das so sonderbare und unglaubliche Erscheinungen im Gefolge hatte. »Ich erinnere mich sehr wohl«, sagte ich, »deiner mannigfachen und gewaltigen Zornausbrüche, die dir die Orgeldreherplage sonst entlockt hat. Du stelltest dir die musikalische Hölle vor wie eine unendlich lange Chaussee und an jeder Pappel einen teuflischen Orgeldreher in voller Arbeit, fortwährend beschäftigt, den Namen Musikanten, die dort in Ewigkeit zu wandeln verdammt waren, sämtliche Gassenhauer der ganzen Welt zu Gehör zu bringen. Wo ist hier bitte Übergang und Vermittlung? Wie willst du diese Dissonanz auflösen?« »Jede Dissonanz lässt sich auflösen, teurer Freund«, sagte Leonard. »Und jedes Ding hat seine nützliche und angenehme Seite. Nur bleibt sie oft dem beschränkten Sinne verborgen. Ich habe mir früher auch nie träumen lassen, dass die himmlische Vorsehung sich eines Leierkastens zur Erreichung ihrer Pläne wirkungsvoll bedienen könnte.« Wir waren inzwischen im Zoologischen Garten angelangt und hatten den seitlichen Gang zwischen den Büffel und Hirschgehegen eingeschlagen. Es war ein Wochentag und der Garten nicht sehr gefüllt, so dass wir auf einer Bank am Wege ziemlich ungestört waren. Dort, im Angesicht einiger friedlicher Büffel, die bis an den Hals im schlammigen Wasser stehend behaglich schnauften, erzählte mir Leonard seine Geschichte. Ich will sie in meiner Weise wiedererzählen. Es ist eine Liebesgeschichte so gewöhnlicher Art, dass sie jeder, auch der ausgehungertste Novelist, wenn er sie, so wie ein leeres, verbrauchtes Portemonnaie am Wege gefunden, einfach mit dem Fuße beiseite gestoßen hätte. Der gütige Hörer, der geübt ist in solchen Dingen und bei seinem täglichen Leihbibliothekenfutter bereits vor vielen Jahren das Jubiläum des tausendsten Bandes gefeiert hat, wird jetzt schon den Verlauf an den Fingern her sagen können. Und wenn ich die Geschichte trotzdem erzähle, so geschieht es in dem Vertrauen auf die ewige Langmut und Güte der Vorsehung und im Hinblick auf jene jungen und gläubigen Opfer, den noch nicht die langjährige Erfahrung aus den tausendfettigen Leihbibliotheksbänden zu Gebote steht. Es ist in Dunkel gefühlt, bei welcher Gelegenheit meinem Freunde Leonard zuerst auffiel, dass Agnes Bolten ein merkwürdig angenehmes Mädchen sei. Diese Anschauung kam nicht plötzlich, sondern entwickelte sich so regelrecht. Aus Keim und Knospe, so wie man es sich nur wünschen kann. Aber eines Tages empfand er doch mit Überraschung, dass diese Angelegenheit zu einer merkwürdigen Klarheit gediegen sei und dass er eine Neigung in sich verspüre, jedem anderen jungen Manne, der ähnliche Gefühle gegen Fräulein Agnes zu hegen wage, den Hals zu brechen. Obgleich er aus den hundert kleinen Anzeichen, mit denen eine heimliche Liebe hervorblitzt, wie ein Bach, der unter Kraut und Blumen verborgen ein Herriesel zu schließen wagte, dass seine Neigung nicht unerwidert sei, so dauerte es doch einige Zeit, bis eine überlegende und maßvolle Natur, die zwar schwer von Entschlüssen, aber hartnäckig in deren Ausführung war, sich zu einem entscheidenden Schritt entschloss. Dieser Zeitpunkt trat jedoch endlich ein und nachdem er sämtlichen Freunden und Verwandten die gründlichste Versicherung gegeben hatte, sich niemals zu verheiraten und als guter alter Onkel seine Tage zu beschließen, benützte er einen der kältesten Winterabende, an dem ihm das Glück zuteil wurde, Fräulein Agnes Bolten aus seiner Gesellschaft nach Hause zu führen, sie mit der Glut seines Herzens bekannt zu machen. Tja, wo zwei solche Flammen lange unterdrückt und heimlich genährt ineinander lohnen, da durchwärmen sie auch die bittere Kälte einer Winternacht. Und das alte, schneebedeckte Gartentor der Villa Bolten wurde heute Abend Zeuge von Ereignissen, für die man sonst die blühende Fliederlaube oder die schattige Sommerlinde allgemein als die passendste Örtlichkeit anzusehen gewohnt ist. Küsse, Seufzer und Tränen, Tränen, die die bitterliche Dezemberkälte sofort in Eis verwandelte, sodass neue Küsse nötig waren, um sie wieder aufzutauen. Sie galten einem würdigen alten Herrn, der, während diese Tatsachen an dem festgefügten Bau seiner schrullenhaften Grundsätze nagten, behaglich in seinem warmen Bette schlief. Und zwar als gesunder Verstandesmensch, gründlich und unbelästigt, von dem unreellen Scheinwesen irgendeines Traumes. Wie soll es nun werden, sagte Agnes und sah angstvoll aus der weißen Pelzkapuze zu Leonard auf. Papa ist so fürchterlich, wenn etwas gegen seinen Willen geht. Gegen mich ist er so gut, aber gegen dich wird er es nicht sein, denn er hat seinen Hass auf alle Musiker, nicht auf die Musik, aber auf euch. Er ist wohl streng, aber gegen jedermann gerecht, nur gegen euch nicht. Ich habe gekämpft, dagegen dich lieb zu haben, denn ich dachte, dass daraus nie ein Glück entstehen könne. Nun ist es doch so plötzlich gekommen, wie soll es nur werden. Morgen gehe ich zu deinem Vater, sagte Leonard, da du mir gut bist, so soll mich auch keine Macht der Erde daran hindern, dich zu gewinnen. Sie seien liebevoll, doch traurig an. Du kennst ihn nicht, sagte sie, aber wenn ich denke, wie du bist, und ihr Gesicht hältte sich auf, anders als die anderen, so frei und klar und wahr, ich möchte fast Hoffnung fassen. Das Resultat dieses Abends war die Verabredung, dass Leonard am anderen Tage bei dem alten Bolten, der, nichtsahnend, dies ganze Komplott verschlie, sein Heil versuchen sollte. Die starke Abneigung des alten Herrn gegen die Musiker lässt sich einigermaßen entschuldigen, wenn man eine gewisse Sorte von Virtuosen ins Auge fasst, nämlich die, die die Treibhauswärme einer unverständigen Musikliebe neuerdings in krankhafter Menge hervorgebracht hat. Wer diese blassen, nervösen Einseitlinge mit ihrem ewigen Beifallshunger und der monströsen Eitelkeit auf ihre Taschenspieler und Jongleurkünste kennengelernt hat, der wird umso dankbarer diese wenigen glänzenden Ausnahmen anerkennen, die es glücklicherweise doch auch noch gibt. Es ist ihm aber nicht zu verdenken, wenn er alles, was die Firma Musiker führt, zuerst vorsichtig und von Ferne betrachtet, um sich zu überzeugen, ob auch wirklich ein Mensch dahinter steckt und kein bloßer Bogen- oder Tastenbewegungsmechanismus. Herr Andreas Bolten aber musste doch noch tiefere Gründe haben. Denn seine Abneigung gegen diese Menschenklasse streifte an Hass. Und obgleich er der Kunst durchaus nicht abgeneigt war, so waren doch für ihn ihre Vertreter mit einem Odeum behaftet, wie es etwa im Mittelalter wandernden Musikanten anhing. Er hegte die feste Meinung, dass der ausschließlichen Beschäftigung mit der Musik ein demoralisierendes Element innewohne, geeignet, den vorzüglichsten Charakter zu untergraben. Und wies man ihn hin auf manche glänzenden Beweise gegen seine Theorie, die in der Stadt zu finden waren, so pflegte er nur die Achseln zu zucken und die Ansicht zu äußern, dass man den Tag nicht vor dem Abend loben solle. Es gewährte ihm eine gewisse Befriedigung, dass Mozart so leichtlebig und Beethoven so exzentrisch gewesen, denn es passte in seine Theorie. Und von Paganini glaubte er die schwärzesten aller schwarzen Gerüchte, die über dieses Monstrum aller Virtuosen noch immer verbreitet sind. Richard Wagner, sein Lieblingskomponist, war ihm ein unerschöpfliches Beispiel. Und natürlich glaubte er jede Entstellung und jedes alberne Märchen, das diesem großen, aber rücksichtslosen und streitbaren Manner angedichtet worden ist. Leonard ahnte kaum die Stärke des Bollwerkes, dass er mit gutem Mut zu Stürmen ging, weil er einfach keine Vorstellung davon hatte, dass eine solche Sinnesart überhaupt möglich sei. Er war jung, heiter und glücklich in seinem Beruf. Die Welt lag vor ihm in dem Sonnenschein, den ein aufsteigender Ruhm darüber hinbreitet. Ein angenehmes kleines Vermögen machte ihn unabhängig von dem leidigen Streben nach Brot, das zwar manche stärkt und kräftigt, viele aber immer tiefer hinabzieht und den Überfluss von Talenten vernichtet, den die Natur auch auf diesem Boden wie überall aussät. Er war einer jener glücklichen Außerwelten, die dort finden, wo so viele ihr Leben lang mühelos und fruchtlos gesucht haben. Und am besten wird wohl seine glückliche Natur geschildert durch einige Verse, die ihm ein scheidender Freund einst zur Erinnerung aufschrieb. Der Auserwählte Wem Holz sind die Götter, dem blüht der Vollendung herrliche Blume. Es mühen sich manche und streben vergebens und nimmer erreichbar in dämmernder Ferne sehen sie schimmernd das goldene Ziel. Doch er kommt geschritten der Auserwählte mit freiem Antlitz und leuchtender Stirne ihm schließen die Knospen duftend sich auf. Ihm neiget das Schönste sich lächelnd entgegen und siegreich und heiter schreitet er aufwärts die leuchtende Bahn. Wem Holz sind die Götter, dem blüht der Vollendung herrliche Blume. Tja, der Liebling der Götter hatte also sehr wenig Ahnung von dem Kampfe, dem entgegenging. Und doch saß ihm natürlich das beängstigende etwas im Blut, das den wohltrainierten Examinandus schließlich doch selbst um das bringt, was er zu Hause noch so schön gewusst hat. Nachdem er die übliche Verschniepelung und Verschwärzung mit sich vorgenommen hatte, ohne die unsere in Punkte der Bekleidung traurig verarmte Zeit sich einen feierlichen Akt nicht vorstellen kann, machte er sich um die übliche Besuchszeit kühn auf den Weg. Wie zwei feierliche Wächter mit Perücken standen die beiden von wolligem Schnee bedeckten Gartentorpfeiler der Boltenschen Villa vor ihm. Leonhard warf einen Blick auf einen Fleck neben dem einen der Pfeiler, wo der Schnee von verschiedenen Fußpaaren, einem zarten und einem kräftigen, niedergetreten war. Er musste lächeln. Dies war nun ein historischer Ort für ihn. Er öffnete das Tor und ging durch den sauber gefegten Steig auf die Villa zu. Die Sonne schien und blitzte in den schneegepolsterten Gebüschen und vor einem Fenster lärmten die Spatzen um hingestreutes Futter. Hinter diesem war ein blasses, liebes, verweintes Köpfchen sichtbar, nickte ihm zu und verschwand. Agnes machte ihm selber auf. Ich habe ihn schon vorbereitet, flüsterte sie, der ein Diener in der Nähe stand. Er war schrecklich. Jakob, melde diesen Herrn, Herrn Musikdirektor Leonhard Brunn. Er wollte dich gar nicht sehen, aber ich bestand darauf, er müsse dich empfangen. Und schließlich gab er nach. Ich bin so voll Angst. Leonhard drückte sie an seine Brust und küsste sie auf die Stirn. Ich habe Mut, sagte er, für uns beide. Der Diener ließ sich hören und sie nahm wieder eine Stellung achtungsvoller Höflichkeit gegeneinander ein. Die Hand aufs Herz gedrückt, sah Agnes dem Geliebten nach, als mit festem Schritt die Treppe zu dem Zimmer ihres Vaters emporstieg. Sie sind Herr Musikdirektor Leonard Brunnen und kommen zu mir, um die Hand meiner Tochter von mir zu begehen, sagte Herr Andreas Bolten. Haben Sie die Güte Platz zu nehmen und mir mitzuteilen, was Sie sonst noch hinzuzufügen haben? Damit deutete er auf einen gepolsterten Lähnstuhl von braunem Leder und nahm selber in einem gleichen Sessel Platz. Es war ein hübscher Anblick, diese beiden verschiedenen und doch wieder gleichartigen Männer einander gegenüber zu sehen. Vor allem war ihnen gemeinsam, dass sie beide wirkliche Männer waren. Aber war in der äußeren Erscheinung des Älteren mir das Viereck ausgeprägt, so kam bei dem Jüngeren die sanfteren Linien des Ovals zur Geltung. In dem einen war mir Charakter, in dem anderen mehr Schönheit. Der Kaufmann hatte das klare, feste, graue Auge, das die Außendinge mit sicherem Blick umfasst und bewältigt. Und in den blauen Augen des Künstlers war jene Klarheit, die auf eine sichere Beherrschung einer geistigen Innenwelt schließen lässt. Leonard war nicht überrascht durch das kurze und summarische Verfahren seines Gegners. Er hatte ihr Schlimmeres erwartet. Ich habe wenig hinzuzufügen, sagte er. Da sie von der Hauptsache bereits unterrichtet sind, so kämen nur noch meine äußeren Verhältnisse in Betracht. Die Ausübung meines Berufes sichert mir eine nicht unbedeutende Einnahme, die, wie ich mit einiger Sicherheit annehmen darf, eine fortwährende Steigerung erfahren wird. Außerdem bin ich im Besitz eines Vermögens, das an und für sich zur Gründung und Unterhaltung eines Hausstandes ausreicht. Was meinen persönlichen Charakter betrifft, so steht mir darüber ein Urteil nicht zu. Jedoch liegt mein Leben und öffentliches Wirken so klar da, dass es ihnen nicht schwer Näheres zu erfahren. Soweit wäre demnach alles in bester Ordnung, sagte Herr Beuten. Wenn ich ihnen nun dennoch die Hand meiner Tochter auf jeden Fall verweigere, so werden sie die Ursache hiervon sicher nicht einsehen und von mir eine Darlegung meiner Gründe erwarten. Leonard wurde etwas verwirrt durch die Schroffheit des alten Hahn. Ich fürchte, sie werden mich nicht überzeugen, sagte er dann mit einem Anflug von Humor. Darin haben sie vermutlich recht, sagte Herr Beuten. Was jedoch die Darlegung meiner Gründe betrifft, sehen sie, ich könnte ihnen einfach sagen, es sei gegen mein Prinzip, meine Tochter einem Musiker zu geben. Es wäre das billigste. So ein Prinzip ist eine gute Streit Axt, sie jemanden vor den Kopf zu schlagen, der uns mit Gründen in die Enge getrieben hat. Mir fehlen die Gründe jedoch nicht und ich will sie ihnen nicht vorenthalten. Lebenserfahrungen unangenehmer Art haben meine Beobachtung geschärft und meine Blicke gerade auf ihren Stand gerichtet. Und ich bin dabei zu Resultaten und Ansichten gekommen, die ihnen vielleicht unangenehm und ungerecht, mir aber als unabänderliche Wahrheit erscheinen. Die Musik ist von allen Künsten die lustigste Kunst. Sie spricht zu uns in unbestimmten Tönungen und Wendungen, sie haftet am wenigsten an Dingen dieser Erde. Ihr Wesen ist Ahnung und Sehnsucht. In das Innerste einer Kunst einzudringen, die sich in solchen subtilen Regionen bewegt, sie selber schöpferisch und mit Genie auszuüben, erfordert ein empfindliches und reizbares Nervensystem, erfordert eine Feinfühligkeit der Seele, die in Dingen des wirklichen Lebens zu großer Gefahr werden kann. Aus diesen Gründen erklärt sich das exzentrische und oft haltlose Wesen der meisten bedeutenden Musiker. Und endlich verweigere ich ihnen aus diesen Gründen die Hand meiner Tochter. Gerade Beide, weil sie wie ich wohl weiß, hervorragend und bedeutend in ihrem Fache sind. Leonard hatte ungeduldig auf seinem Stuhle gerückt, als Herr Bolten seine Krausen und seltsamen Theorien entwickelte. Wenn ich sie recht verstehe, fiel er jetzt ein, so sagen sie damit, jeder begabte Komponist ist Vermöge seiner seelischen Anlagen, die große Reizbarkeit und Empfänglichkeit bedingen ein unzuverlässiger Charakter. Sie vergessen, dass andere Eigenschaften vorhanden sein können, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Sie würden mir vielleicht eine Menge von Beispielen für ihre Theorie aufzählen können und würden sorgfältig verschweigen, was gegen sie spricht. Und wenn sie recht hätten, wer sagt ihnen denn, dass ich nicht auf die Welt gesendet bin als erste und einzige Ausnahme, nur um die Regel zu bestätigen. Sie haben Humor, fügte Herr Bolten mit wohlwollender Strenge ein. Ich kann ihre Gründe nicht würdigen und annehmen, fuhr Leonard fort. Ich protestiere selbstverständlich gegen die Regel, aber selbst diese zugegeben können sie doch die Ausnahme nicht wegleugnen. Und das vernichtet all ihre Gründe, denn da mein ganzes Vorleben gegen diese spricht, so dürfen sie nicht im Hinblick auf das, was möglicherweise sein könnte, mir ihre Einwilligung verweigern. Setze ich in die Lotterie, so bin ich ein Tor, sagte Herr Bolten, wenn ich mit Sicherheit auf das große Los hoffe. Übrigens glaube ich jetzt ihnen gegenüber meiner Pflicht genügt zu haben und ich spreche ihnen schließlich mein Bedauern aus, dass ich betrachten. Leonards Blut war längst in Wallung geraten. In dem Gefühl, dass dieser eingefleischten, schrullenhaften Theorie des alten Bolten mit Gründen nicht beizukommen sei und mit dem festen Vorsatz den Kampf nicht aufzugeben, griff er zu anderen Mitteln. Ich will von mir nicht reden, sagte er, aber nehmen wir an, dass ihre Tochter mich wirklich liebt, mit der ganzen Kraft ihres Herzens, wollen sie ihr ganzes Lebensglück einer Theorie opfern? Wie wollen sie das verantworten, was sie jetzt tun, wenn sie das Herz ihrer Tochter gebrochen haben, um einer Einbildung willen? Herr Beuten sprang auf, heftig und erregt. Ich mag diese alte Phrase von den gebrochenen Herzen nicht hören, das ist nichts als fantastische Übertreibung. Ich kenne das wohl, man wird blass, man härmt sich, das Leben ist eine Last, man will daran sterben. Aber es ist eine Krankheit und sie geht vorüber. Meine Tochter müsste wenig vom Blut ihres Vaters haben, eine Bolten stirbt nicht an gebrochenem Herzen. Ich das hangende, bangende, ewig ruhelose Leben teilen soll, das ihnen unwiderruflich verhängt ist, denn dies ist, überall, wo es gilt, einen Ruhm zu steigern und zu bewahren. Wenn sie ein Mann wären mit einer soliden, tüchtigen, bürgerlichen Beschäftigung, ich würde ihnen meine Tochter nicht verweigern, und wenn sie keinen Pfennig im Vermögen hätten. Ich will ihnen etwas sagen, fuhr fort und pflanzte sich mit untergeschlagenen Arm vor Leonard auf. Satteln sie um, werden sie Kaufmann, sie haben das Zeug dazu, in einem Jahre lernen sie unter meiner Leitung alles, was sie brauchen. Vielleicht macht es sich dann mit der Firma Bolten und Brunnen. Sie lächeln, ich wusste es wohl. Gut, ich habe meine Nachgiebigkeit bewiesen, ich bin mit dieser Angelegenheit fertig. Solange sie Musiker sind, niemals. Leonard warf das Äußerste gebracht und rief, gut, so hören sie auch mein vorläufiges Schlusswort in dieser Angelegenheit. Sie haben mir meinen Antrag aus Gründen zurückgewiesen, die keine sind. Sie opfern zugunsten einer Schrulle das Glück ihres Kindes. Sie sind hartköpfig und starr, ich bin es auch. Sie wollen mir ihre Tochter nicht geben, ich werde sie nicht lassen. Und wahrlich, das sage ich ihnen, ihre Tochter wird meine Frau, mit oder gegen ihren Willen, so wahr ich Leonard Brunn heiße. Wo haben sie ihren Revolver, junger Mann? rief Herr Bolten. Das wäre modern, das wäre amerikanisch. Als letztes Mittel dem zukünftigen Schwiegervater die Pistole auf die Brust gesetzt, die Tochter oder das Leben. Den Teufel auch, mein Herr, meine Tochter gehört mir, und sie bekommen sie niemals, so war ich, Andreas. Vom Hofe herauf klang plötzlich die Töne einer Drehorgel. Es war die Melodie des alten schottischen Liedes Lang, lang ist's her. Herr Bolton vollendete seinen Satz nicht. Es war, als ob diese Töne die Worte von seinen Lippen nähmen. Ein eigentümlicher, wehmütiger, milder Zug verwischte den Zorn aus seinem Antlitz. Er ging zu seinem Schreibpult, wickelte ein Geldstück in Papier, öffnete das Fenster und warf es hinaus. Dann fielen seine Blicke auf einen grünseidenen Vorhang an der Wand, der ein Bild zu verhüllen schien. Sie hafteten nachdenklich darauf. Leonard, der bereits an der Tür stand, sei ihm verwundert zu. Dann wollte er sich zurückziehen, denn die Sache war einstweilen doch so gut wie verloren. Der Alte bemerkte es. Gehen sie noch nicht, sagte er, und ein weicherer Klang war in seiner Stimme. Ich habe ihnen noch etwas zu sagen. Wollen sie mir versprechen, während der nächsten Zeit, sich meiner Tochter nicht zu nähern und keinen Versuch zu machen, sie zu sprechen? Wir leben im Kriegszustande, sagte Leonard. Alle Mittel gelten, ich verspreche nichts. Sie werden es tun, sprach Herr Bolten mit fester Stimme, wenn ich erkläre, meine Worte von vorhin einstweilen zurückzunehmen. Ich bitte mir, bis morgen Bedenkzeit aus. In diesem Falle ja, erwiderte Leonard. Ich danke Ihnen, Herr Musikdirektor, also bis morgen. Eine stumme Verbeugung und Leonard verließ den Kampfplatz. Herr Andreas Bolten blieb eine Weile stehen und sah nachdenklich die Tür an, durch welche der junge Mann verschwunden war. Ein verfluchter Kerl ist er doch, murmelte er. Ein ganz heilloser Kerl, es ist Risse drin, würde Baron Spornitz sagen. Unterdessen war der Mann auf dem Hofe noch immer beschäftigt, das empfangene Geld musikalisch abzuarbeiten und hatte es mindestens zum zwölften Male schon lang, lang her sein lassen. Er war ein ehrlicher Mann und wollte für das große Stück Geld auch ein entsprechendes Quantum von Musik liefern. Herr Bolten ging ans Fenster und winkte ihm ab. Dann zog er den Vorhang beiseite, setzte sich in einen Lehnstuhl und sah das Bild an, das dahinter verborgen gewesen war. Es stellte seine verstorbene Frau war in der Schönheit ihrer Jugend. Man kann nicht sagen, dass Herr Bolten sentimental war, aber er hatte eine Schwäche. Wenigstens nannte er es oft vor sich selber so. Und das war die Erinnerung an seine verstorbene Frau. Und diese hing unwiderruflich mit dem eben gehörten Lede zusammen. Auch der festeste Mann hatte einen Punkt, den das härtende Drachenblut nicht umpanzerte. Und zwar, weil ein Lindenblatt der Lebe darauf fiel. Für den Alten waren diese Erinnerung gerade in dieser Stunde von besonderer Bedeutsamkeit. Dass dieses Lied in einem Augenblick ertönte, wo er schroff sein Wort gegen ein anderes Wort setzen wollte, hatte ihn wie eine geisterhafte Mahnung berührt. Er war im Begriff gewesen, ein Versprechen zu brechen, das er einst in heiliger Stunde gegeben. Es war in Vergessenheit geraten. Die lange Zeit, die dahinter lag, hatte es verwischt. Er hatte auch niemals daran gedacht, dass einst eine Möglichkeit kommen könne, wo er es erfüllen müsse. Nun kam zur rechten Stunde im rechten Moment ein Lied, das wie der Auslöser in einer Uhr das Räderwerk seiner Gedanken entfesselte, bis schlagkräftig und bestimmt alles wieder vor seiner Seele stand. Seine Frau war schön und jung, als ihm die Hand reichte. Sie folgte nicht der eigenen Neigung, sondern dem Zwang ihrer Eltern, denn ihre Liebe gehörte einem jungen talentvollen Musiker der Arm und ohne Stellung in der Welt war. Dieser verfiel nach ihrer Hochzeit. Es ist nicht aufgeklärt, aus welchen Gründen, ob um seinen Schmerz zu betäuben, ob aus Haltlosigkeit, in ein wüstes Leben und ging darin unter. Die junge Frau schrieb alles natürlich dem ersten Grunde zu und anstatt sich mit Abscheu von ihm zu wenden, blieben die Regungen der Liebe und des Mitleids bis an sein Ende für ihn wach. Sie unterstützte ihn und Bolton wusste es. Er wusste aber auch, dass er seiner Frau vertrauen könne. Aber es trat eine Wendung ein, die von eigentümlicher Wirkung war. Er fing an, seine Frau wirklich zu lieben. Diese Liebe steigerte sich zu einer Höhe, die ihn selber beängstigte und die ihm die unerträglichsten Qualen schuf. Zu wissen, dass dieser verkommene Mensch mehr Anspruch auf die Neigung seiner Frau habe als er, das trieb ihn oft fast zum Wahnsinn. Von dieser Zeit her schrieb sich sein ungerechter Hass, gegen die Musiker. Er beschloss, seine Frau für sich zu erwerben. Mit rastloser Geduld, mit nie aufhörender Sorge, diente er um ihre Neigung. Und da seine Liebe echt und treu und vor allen Dingen da ein Mann, gelang es ihm. Alle Zartheit und Liebe, der seine Natur fähig war, brachte er ihr entgegen und nach langem Werben ward sie sein. Wie die Sonne nach langem regnerischem Wolkentag oft noch am Abend mit selig verklärendem Strahl hervorbricht, so ward ihm noch eine kurze und glückliche Zeit zuteil. Ein Jahr etwa nach dem Eintritt dieser späten Herzensvereinigung starb seine Frau nach der Geburt eines Töchterleins. In der letzten Stunde nahm sie ihm das Versprechen ab, bei dieser Tochter das zu sühnen, was an der Mutter verbrochen war, und ihr ein Gemahl zu geben nach der freien Wahl des Herzens. Dies alles rief das Lied zurück, das einst das Lieblingslied seiner Frau war. Sie hatte es oft gesungen, im Schmerz ihres einsamen, verkauften Lebens. Erst in dem letzten glücklichen Jahre war's verstummt. Herr Bolten saß lange in seinem Lehnstuhl da, die Augen auf das Bild gerichtet, und doch wie in sich versunken. Die Dämmerung brach herein und hüllte es in Schatten. Er schien es nicht zu bemerken, denn er sah mit den Augen seines Geistes. Dann stand er auf und ging mit gesenktem Haupt einige Male im Zimmer auf und ab. Er trat ans Fenster und schaute eine Weile in das kalte Abendrot, das über den dunklen, entlaubten Wipfeln des Tiergartens stand. Der Diener kam mit Licht, setzte es schweigend auf den Schreibtisch und entfernte sich wieder. Herr Bolten sah noch einmal nach der Türe, dann nach dem Bilde, setzte sich an den Tisch und schrieb. Als er fertig war, klingelte er. Herrn Musikdirektor Leonard Brun sofort zu bestellen, sagte er, indem er dem Diener den Brief übergab. Diese denkwürdigen Vorgänge ereigneten sich am 23. Dezember. Der Brief, den Leonard noch an dem Abend desselben Tages erhielt, hatte folgenden Inhalt. Sehr geehrter Herr Musikdirektor, wenn Sie die Güte haben wollen, sich morgen am 24. Dezember abends 6 Uhr zu mir zu bemühen, so würden Sie mich sehr verbinden, da ich Ihnen noch einige Mitteilungen zu machen habe. Hochachtungsvoll, Ihr Andreas Bolten Vor jeder Oase des Glückes streckt sich eine Sahara der Entbehrung und Erwartung einher. Geschmückt mit Spiegelbildern der Hoffnung und Sehnsucht. Dornvolle Kräuter waren es, durch die Leonards Gedanken in diesen 24 Stunden ihren Weg nahm. Herr Bolten war heiter. Er hatte Mühe, beim Abendessen seine große Fröhlichkeit vor seiner Tochter zu verbergen. Sie wagte nicht zu fragen und heimlich hing ihre Augen an den strengen Zügen ihres Vaters. Zuweilen war es ihr, als Lächlein kleiner, freundlicher Kobold, der seinen bescheidenen Sitz in dem väterlichen Mundwinkel hatte, ihr aufmunternd zu. Leonard fand am anderen Tage sich pünktlich ein. Herr Bolten stand mitten in der Stube, hatte die Hände auf dem Rücken zusammengelegt und betrachtete wohlwollend einen langen weißen Korb, wie man ihn zum Transport von kostbaren und empfindlichen Frauenkleidern benutzt. Wie ein Blitz durchschoss Leonard ein Gedanke, als er diesen ungeheuren Korb sah. Zu einer Komödie der schändlichsten Verhöhnung hatte ihn der Alte bestellt und hatte das schmachvolle Symbol der Ablehnung in einer seinem Hass entsprechenden Größe ausgewählt. Der Zorn stieg dem Arm purpurrot in das Antlitz. Herr Bolten, was bedeutet dieser Korb? rief er. Den Alten belustigte diese Auffassung höchstlichst. Dies Missverständnis war noch eine angenehme und humoristische Zugabe, auf die er noch gar nicht einmal gerechnet hatte. Der Korb ist für Sie, sagte dieser boshafte alte Sünder. Aber er kam dem Ausbruch zuvor, der sich bei Leonard ankündigte. Eifern Sie sich nicht, mein Lieber, der Korb ist nicht für Sie ein symbolischer Korb, sondern ein Korb in seiner eigentlichen Bedeutung, ein Futteral, eine Omballage. Wenn Sie mir den kleinen Dienst erweisen wollen, gefälligst hinein zu spazieren, so werden Sie mit den Folgen dieser Handlung sehr zufrieden sein. Damit hat er den Deckel geöffnet und stand mit einladender Handbewegung da. Wissen Sie, was ein Juhlklub ist? fragte er dann. Leonard bejahte es unwillig. Nun, ich möchte Sie meiner Tochter als Juhlklub werfen. Wollen Sie nicht, dann ist es auch gut. Sie bekommen sie doch, aber ich denke, Sie werden es mir nicht abschlagen. Eine Liebe ist der anderen wert. Was sollte Leonard machen? Liebe, Zorn, Hoffnungen und Befürchtungen hatten ihn genugsam geschüttelt und mürbe gemacht. Warum sollte er am Ende nicht auch noch in einen Korb steigen? Der Alte schloss den Deckel und klingelte. Zwei riesenhafte Rollkutscher traten ein, nahmen den Korb und trugen ihn davon. Agnes saß in dem glänzenden Weihnachtszimmer unter dem brennenden Tannenbaum mit traurigem Herzen. Herr Bolten trat ein, sie wischte eine heimliche Träne fort und zwang sich, ihm mit frohem Angesicht entgegen zu danken für so viele kostbare Geschenke. Da wurde plötzlich die Tür aufgerissen. Eine furchtbare Rollkutscherstimme rief Juhlklopp und der bewusste Korb war hereingeschoben. Agnes kannte schon dieses Möbel. Ihr Vater pflegte ihr an jedem Weihnachten auf dieselbe Weise, ein kostbares Kleid zu schenken. Allein sie fürchtete sich immer ein wenig davor, denn das Talent, die Schönheiten eines weiblichen Anzuges zu beurteilen, ging Vater Bolten ab, und es kamen bisweilen unsägliche Dinge aus diesem Korb zum Vorschein. Herr Bolten bemerkte den ängstlichen, zögernden Ausdruck in ihrem Gesicht. Nur Mut, Agnes, sagte dieser raffinierte alte Heuchler. Diesmal hab ich's getroffen, und wenn es dir doch nicht gefällt, darfst du's nur umtauschen. Zögernd schlug Agnes den Deckel zurück. In blaue Seide gehüllt lag das Unbekannte vor ihr. Sie hob ein Zipfel auf. Ein Tuchkleid, rief sie, denn ein Stück von Leonards Ärmel kam zum Vorschein. Ihre Neugierde ward wach, denn Weib bleibt Weib. Und ehe das Interesse für ein neues Kleid aufhört, da muss es schon a kommen. Ein Schreck, ein Schrei, im Korb ward es lebendig und drappelte sich empor und fiel ihr um den Hals. Und Vater Bolten und die ganze Welt versanken in einen blauen Nebel des Glückes und waren eine Weile so gut wie gar nicht vorhanden. Dem Alten wurde es so sonderbar und so flimmerig vor den Augen, dass er an das Fenster gehen musste. Und er starrte in die schwarze Nacht. Und schließlich musste er doch mit dem Gesicht an der Gardine einherfahren. Und als das nicht völlig half, ging er leise hinaus über den heller leuchteten Gang in sein Zimmer. Es war dunkel dort. Nur das Licht der Straßenlaterne warf einen sanften Schimmer auf die Wand, auf die Wand, an welcher das Bild hing. Er zog den Vorhang zurück, setzte sich in den Lehnstuhl und schaute auf das sanfte Antlitz, das in ungewissem Scheine aus dem dunklen Hintergrund hervortrat. In seinen Zügen arbeitete es seltsam und seine Lippen zuckten. Bist du nun zufrieden? sprach er zu dem Bild. Hab ich es recht gemacht? Sie sollen ihren Willen haben, die Kinder, und ich will glauben, dass es das Beste ist. Dem festgefügten Mann rannen die Tränen über das zuckende Gesicht. Warum gingst du so früh? fuhr fort. Wir kannten uns doch kaum, und nun, da dein liebster Wunsch erfüllt wird, bist du fern, ewig fern in jenem Lande, dahin wir alle kommen werden, und das noch niemand kennt. Und ich kann dein zufriedenes Lächeln nicht sehen, und den dankbaren Schein deiner sanften Augen. Du blickst auf mich herab, wie immer still und friedlich, und kannst mir kein Zeichen geben, dass du mir gut bist für das, was ich heute tat. schiefst alte Mann hielt seine Augen fest auf das Bild geheftet. Und war es das Flackern des Lichtes, oder war es Wirklichkeit? Es schien ein Augenblick, als ging ein Lächeln wie ein freundlicher Schimmer über das Antlitz. Lange noch saß er, die Augen auf das Bild gerichtet, die Gedanken versenkt in jene Zeiten, die nicht wiederkehren. Ja, lang, lang ist's her. Der Schlossherr aus England Der Mann trug einen dunklen Mantel, der auf dem Rücken Falten war. Die Absätze seiner Schuhe waren schiefgetreten, die Hosen unten ausgefranst und bis zur halben Höhe der Waden mit Kot bespritzt. Das Wetter war auch danach, die bäumöglichen Besen, die man zu lange eingeweicht hat. Der Mann hatte einen unsicheren Schritt, er hinkte leicht. Den Kopf hatte er nach vorn sinken lassen, und auch sonst ging er gebeugt. Vielleicht war der Mantel schwer, der Mantel, der sich mit Feuchtigkeit vollgesogen hatte. Seit etwa fünf Minuten folgte Schwester Clara dem Mann. Sie hatte eine Besorgung gemacht, nun wollte sie wieder ins Gemeindespital zurück, wo sie Oberschwester war. Das Dorf war lang, das Spital lag am anderen Ende. Sie hätte den Mann leicht überholen können, aber sie war neugierig. So folgte sie ihm, um ihn zu beobachten. Der Mann schlurfte weiter über die verlassene Dorfstraße. Vor der Wirtschaft zum Klösterli blieb er einen Augenblick stehen, grübelte in den Hosentaschen, dann schüttelte er den Kopf und knöpfte seinen alten Mantel wieder zu. Er presste die Hand aufs Herz und ging weiter mit schiefem Oberkörper. Dem Gemeindespital gegenüber stand eine Bank. Der Mann ging auf sie zu, ließ sich niederfallen und blieb regungslos sitzen. Sein Kopf war tief herabgesunken. Der Schirm seiner grauen, verwaschenen Mütze verbarg das Gesicht. Schwester Clara ging zögernd an der Bank vorbei, öffnete die Gattertüre, ging aufs Spital zu und kehrte wieder um, als sie ein leises Stöhnen hörte. »Fehlt Ihnen etwas?« fragte sie, als sie neben dem Mann stand. »Hertz, das hörtz«, flüsterte der Mann und hob ein wenig den Kopf. Seine Lippen zitterten, Schwester Clara griff nach seinem Handgelenk, ganz mechanisch, weil sie die Bewegung gut einige tausend Mal in ihrem Leben schon gemacht hatte. Es legten sich Zeige und Mittelfinger auf die Pulsader. Der Schlag war unregelmäßig, manchmal stockte er. Der Pulsschlag ähnelte entschieden dem Gang des Mannes. Und dann hustete der Mann. Das klang erbarmungswürdig, ganz tief aus der Brust heraus. »Kommen Sie mit«, sagte Schwester Clara energisch. Sie half dem Mann von der Bank aufstehen, hieß in den Arm um ihre Schultern liegen, und sie selbst umspannte mit dem ihren, seinen mageren Oberkörper. Der Mann ließ sich gut führen. Drinnen war es warm, aber angenehm trocken. Der Mann hustete stärker. »Wir haben Platz«, sagte die Schwester. »Ich kann Sie als Notfall vorläufig aufnehmen. Natürlich müssen wir den Entscheid des Doktors abwarten, aber der Doktor Niederhäuser ist kein ungebiger Mensch.« Eine Tür, ein weißgekachelter Raum, eine Wanne und eine Bank an der Wand. »So, sitzen Sie da ab. Ich rüste Ihnen ein Bad, und dann will ich Ihnen oben ein Bett überziehen. Es ist ein Zweierzimmer leer, Sie werden ganz allein sein.« Das Wasser rauschte und der Raum füllte sich mit Dampf. Zusammengesunken saß der Mann auf der Bank. Er hatte erst drei Worte gesprochen. »Herz, das Herz«, hatte er gesagt. Aber nachher hatte er geschwiegen. »Wie heißen Sie eigentlich?« fragte Schwester Clara. Sie beugte sich über die Wanne und rührte das Wasser mit dem Thermometer, der mit Holz umkleidet war. »Louis Armstrong«, sagte der Mann. Er hatte die Mütze neben sich gelegt, eine spitze Nase sprang hervor, und seine Eckzähne trugen goldene Kappen. »Engländer?« »Auslandsschweizer«.« Das Haar des Mannes war grau gesprenkelt. Über den Ohren, im Nacken, stand es in kleinen Wirbeln auf. Es war lange nicht geschnitten worden, und auch unrasiert war der Mann. Er sprach hochdeutsch mit einem leichten Akzent. Vielleicht war es diese Tatsache, die Schwester Clara Feen einnahm. Wenn man Tag ein, Tag aus Bauern zu pflegen hat und Bauern Frauen, manchmal Knechte, im besten Fall ein Ladenjüngling oder eine Ladentochter, dann ist ein Fremder immerhin eine interessante Neuigkeit. Ein Fremder mit einem englischen Namen und einem fremden Akzent. »Ich würde,« sagte der Fremde mühsam, »Ich würde mich erkenntlich zeigen können. Es ist mir passiert ein Unglück, aber ich habe Freunde, einflussreiche Freunde. Und glauben Sie mir, ich habe gehabt Schlösser in Schottland und ein Haus in London, aber alles verloren. »Sagen Sie, haben Sie Fieber?« fragte Schwester Clara. »Sie hoffen doch nicht, dass ich Ihnen glauben werde, so dumm bin ich nicht.« Sie stand vor dem Mann, die Fäuste in den Seiten, ihr Gesicht war sehr rot. Auf den Wangen traten einige geplatzte Äderchen deutlich hervor. »Ich verlange nicht, Sie sollen mir glauben, obwohl ich beweisen kann, was ich sage zu Ihnen.« Der Mann sprach gut und die ungewohnten Umstellungen waren eigentlich ein Reiz mehr. Schwester Clara wurde noch röter. »Wir können dies alles später besprechen. Jetzt baden Sie. Ich habe das Wasser extra nicht zu heiß gemacht, wegen Ihrem Herzen. Dann will ich Ihnen noch ein Rasierapparat bringen und nachher stecke ich sie ins Bett, bis der Arzt kommt. Ich werde schon auslösen können mein Gepäck, sagte der Fremde. Es liegt in Bern. Ich wollte gehen einen Freund besuchen, der wohnt in Thun. Er hätte mir geholfen. Zu Fuß? Von Bern bis Thun? Haben Sie nicht schreiben können? Sie haben mich, wie sagen Sie, hinausgeworfen aus Hotel in Bern, weil ich nicht hab zahlen können. Ich danke sehr, Sister, für Ihre Humanität. Ja, ja, ziehen Sie jetzt Ihren Mantel aus. Sie prüfte den Anzug. Der Rock ging noch an, das Hemd auch. Es war Cremefarben, ein wenig schmutzig, aber immerhin Roseide. Die Schmetterlings Schleife war grau mit roten Tupfen. Es war früh Abend geworden, denn man war erst Anfang Jänner. Im Zimmer war ein gelber Schein, weil die Stehlampe auf dem Nachttisch einen orangenen Schirm trug. Im Bett lag der Mann. Er war sauber rasiert und las, oder wenigstens tat er so. Denn von Zeit zu Zeit ließ er das Buch auf das Deckbett fallen und gähnte so hemmungslos, dass ihm das Wasser in die Augen trat. Dann war der Titel des Buches zu sehen. Der gottsuchende Mensch. Auf dem Nachttisch stand noch eine Kanne mit Tee und eine Tasse. Hin und wieder trank der Mann. Schritte im Gang. Der Mann griff nach dem Buch und las aufmerksam. Dann ging die Türe auf und Schwester Clara trat ein. Sie trug eine weiße Ärmelschürze und auf ihrem dunklen Haar saß eine gestärkte Haube. Gefällt Ihnen das Buch? fragte sie und legte eine Injektionsspritze auf den Tisch. Croft, ja, es gibt Croft, sagte der Mann ernst. Ein unterdrücktes Gähn ließ die Muskeln seiner Wangen hervortreten. So stark pressten sich die Kiefer zusammen. Ja, sagte Schwester Clara, Kraft brauchen wir. Ich auch. Wissen Sie, wie viel ich im Monat bekomme? 50 Franken. Dabei zahlt die Gemeinde für den Posten hier 200 Franken mit freier Kost und Logis. Aber 150 Franken gehen ans Mutterhaus. Damit ich ein ruhiges Alter habe, wenn ich arbeitsunfähig geworden bin. Aber bis dann habe ich noch Zeit. Sie hatte während des Sprechens einen Wattebausch mit Alkohol getränkt und den Oberarm des Mannes abgerieben. Dann drang die Nadel unter die Haut und der Patient stöhnte leise. Das tut doch nicht weh. Zuerst war die Stimme der Schwester hart gewesen. Bei den letzten beiden Worten wurde sie weich. Denn der Mann hatte die Hand, die die Spritze hielt, ergriffen und hatte sie geküsst. Das war etwas ganz Ungewohntes für Schwester Clara. Niemand hat ihr bis jetzt die Hand geküsst. Sie war verlegen, gerührt und, um dies zu verbergen, begann sie sich mit den Leintüchern, mit den Kissen zu schaffen zu machen. Sie sind gut, Sister, sagte der Mann. Niemand ist gut gewesen mit mir in der letzten Zeit. Und früher? Ich war einmal in einem Sanatorium an der Côte d'Azur in Cannes. Aber niemand war so gut zu mir wie sie. Immer haben sie gewartet auf große Pourboire, wie man sagt, Trinkgelder. Jetzt kann ich keine Trinkgelder geben. Wer zahlt hier für mich? Ich denke, die Heimatgemeinde, sagte die Schwester und versuchte die Auskunft so trocken als möglich zu geben. Es gelang nicht ganz. Die Heimatgemeinde Frutigen, denn in ihren Papieren steht doch, dass sie in Frutigen beheimatet sind. Oh, ich war nie dort. Ich bin aufgewachsen in der Fremde. Werden sie schreiben gleich um die Gemeinde? Ich möchte lieber zahlen selber. Mein Freund, der ist in Thun, der wird schon schicken mir Geld, wenn ich gesund bin. Sie können warten so lange? Nicht gern, sagte Schwester Clara, aber wenn's sein muss? Ich wäre Ihnen dankbar, sehr dankbar, wirklich. Was hat gesagt, der Doktor? Eine beginnende Pleuritis, und auf ihrem Herz geht's nicht besonders. Haben sie viel geraucht? Oh ja, früher. hundert Zigaretten im Tag, wie ich war in England. Viel zu tun hatte ich, und da... Na, ein Monat wird's schon gehen, bis sie wieder gesund sind. Wollen sie nicht ihrem Freund schreiben? Ja, ich werde schreiben. Danke, Sister. Wieder ergriff der Mann Schwester Claras Hand, aber die Frau zog sie schnell zurück. Es wäre ihr nicht unangenehm gewesen, wenn der Mann ihr wieder die Hand geküsst hätte. Und doch wehrte sich etwas in ihr. Von den Papieren des Mannes hatte Schwester Clara nur den Heimatschein gesehen, ein altes, vergilbtes Blatt, ziemlich schmutzig, das erklärte Ludwig Armstrong, Seils Sohn des Peter Armbruster, genannt Armstrong, am 5. Juli 1880, in London geboren. Der Kranke besaß noch eine Brieftasche, die ziemlich voll gepropft schien, aber die behielt er immer unter seinem Kissen. Schwester Clara bekam den Inhalt nie zu sehen. Einmal nur, an einem sanften Februartage, entnahm der Mann der Brieftasche ein paar Fotografien. Ein englisches Landhaus im Hintergrund, im Vordergrund eine Menge Jagdhunde und ein Mann, dessen Gesichtszüge nicht deutlich zu erkennen waren. Das bin ich, sagte der Mann und wies auf die Gestalt im Vordergrund. Und das sind Betty und Macy, meine beiden Hunde. Das ist mein Schloss in Devonshire. Schwester Clara wusste, dass Devonshire eine Grafschaft oder etwas ähnliches in England war. Der Mann hatte also doch ein Schloss besessen, obwohl er nicht recht zu erkennen war auf dem Bild. Aber er konnte es doch vielleicht sein. Es war eine Ähnlichkeit vorhanden und, ja, Schwester Clara redete sich das ein. Der Handkuss war übrigens ein bleibender Ritus geworden. Schwester Clara hatte die Bewegung gelernt, mit der elegante Damen diese Huldigung entgegen nehmen. Er tat es gerne, obwohl Schwester Claras Hand rot war und oft nach Desinfektionsmitteln roch. In den Nächten aber überfielen die Schwester sonderbare Gedanken. Sie war über dreißig und bis jetzt war ihr Leben ruhig verlaufen. Einzig mit ihren Eltern hatte sie sich gezankt, weil diese sie hatten verheiraten wollen, damals, als sie einen Abscheu vor Männern gehabt hatte. Darum war sie in eine Pflegerinnschule eingetreten, mit 18 Jahren. Zuerst hatte sie schwere Arbeit gehabt, Fegen, Putzen, aber sie verlor den Mut nicht. Dann war sie von einer der älteren Schwestern bearbeitet worden. Eine Art religiöser Schwammerei war das Resultat. Der leidenden Menschheit helfen, Bibel lesen, Kirchenlieder singen. Die ältere Schwester hatte sie protegiert. Sie war als Aushilfe in den Operationssaal gekommen. Und dort begann die Stufenleiter von Neuem. Putzen der Bestecke und Sterilisieren. Aber man sah manches, man lernte. Die leidende Menschheit trat etwas in den Hintergrund, auch die religiöse Schwammerei. Man interessierte sich für den Fall. Manchmal konnte man mit den Assistenten diskutieren. Bis der Tag kam, an dem man zum ersten Male bei einer Operation assistieren konnte. Man durfte den großen Chef bedienen, ihm behilflich sein, sich anschnauzen lassen. Und dann fast ein Festtag, die erste Narkose Daneben etwa einmal ein Konzert, ein großer Geiger, den man hörte. Am Sonntag Kirche. Zweimal in der Woche Bibelstunden, Aushilfe in den Krankensälen. Am Abend mit lauter Stimme den kranken Kapitel aus der Bibel vorlesen, während ein paar Abgebrühte ihre Witze dazu machten. Und man wurde rot. Die Assistenzärzte sahen einen kaum, der Chef war unabar, die Mitschwestern passten auf, aber sie fanden nichts. Und dann war man des sanften Gezänkes, der spitzigen Bemerkungen überdrüssig geworden. Und als seine Oberschwester in ein Gemeindespital verlangt worden war, hatte man sich gemeldet. Man kannte eigentlich nur die Schattenseite des Lebens. Sie war traurig. Kranke Körper und zufriedene Patienten immer hatten sie etwas zu reklamieren. Dankbarkeit? Der Mann, den man aufgelesen hatte, gerade vor der Türe des Spitals, der schien dankbar zu sein. Er war höflich, von einer seltsamen fremden Höflichkeit, die wirklich etwas Ungewohntes war. Er war zart, nie sprach ein rohes Wort aus. Und er küsste einem die Hand. Ein Vagant? Vielleicht ein Hochstapler, auch möglich, aber immerhin der Freund des Mannes hatte 200 Franken geschickt. Schwester Clara hatte den Brief, den der Mann geschrieben hatte, eigenhändig auf die Post getragen. Adressiert war an Herrn Eugen Frutiger Grand Hotel Palace Thun. Die Antwort war schon nach zwei Tagen gekommen, ein eingeschriebener Brief, und Geld war auch darin gewesen. Das Kuvert trug den Aufdruck des Hotels. Die Thuja-Hecken, die den Garten des Spitals umgaben, waren braun, die Rosenstöcke noch in Tannenreise eingepackt. Einzig ein Haselbaum trug gelbe Kätzchen, und diese stolpten, wenn Vögel sich auf die dünnen Zweige setzten und dann wieder fortflogen. Die Sonne war warm und machte müde. Schwester Klara strickte an einem schwarzen Wollstrump. Neben mir saß der Mann, blinzelte und lächelte manchmal. Er schien sich über irgendetwas zu freuen. Warum lachen sie? fragte Schwester Klara. Ich lache nicht, sagte der Mann leise. Ich freue mich nur. Es ist schön, wenn die Sonnenstrahlen machen Regenbogenfarben um die Wimpern. Sie reden wie ein kleines Kind manchmal. Und Schwester Klaras Stimme klang wirklich wie die Stimme einer Mutter, wenn sie sich über eine spaßige Antwort ihres Sprösslings freut. Meine Mutter, sagte der Mann, ich habe nie gekannt meine Mutter. Ihre Eltern, sie leben noch? Nein, die sind vor drei Jahren gestorben. Und ich habe noch mit der Oberin vom Mutterhaus fast Krach bekommen, weil die gewollt hat, ich soll die Erbschaft hergeben. Aber was soll ich anfangen, wenn mir einmal der Dienst verleidet würde? Soll ich dann in ein Altersheim einziehen? Hier habe ich's, ja, ruhig. Die Schwester, die mir hilft, ist ein guter Kerl. Aber wenn sie wüssten, wo es anderswo ist. Ja, vielleicht bin ich ja schuld. Man hat mir immer gesagt, ich habe einen schwierigen Charakter. Oh nein, sie haben sehr guten Charakter, ausgezeichneten. Und viel haben ihnen die Eltern hinterlassen? Brauchen sie etwas? fragte Schwester Clara spöttisch. Ich kann ihnen schon etwas leihen, denn ich bin ja sicher, dass ich es nie mehr zurückbekommen werde, trotz ihren Schlössern in England. Die sind doch in England, die Schlösser, oder auf dem Mond? Der Mann schwieg. Sein Gesicht war starr. Schwester Clara beobachtete ihn aus den Augenwinkeln. Dieses starre Schweigen überfiel ihn manchmal. Schwester Clara hätte gern gewusst, was der Mann in diesen Augenblicken dachte. Ich will sie nicht beleidigen. Sie brauchen Geld und ihr Freund will ihnen wohl nicht mehr helfen. Für einen Monat haben sie ihr Kostgeld hier ja bezahlt und die letzten Tage haben sie mir ja geholfen. Sie scheinen etwas zu verstehen von Abrechnungen und solchen Sachen. Den Jahresabschluss für das Spital haben sie mir ganz ordentlich gemacht. Sie haben eine schöne Schrift. Was wollen sie jetzt eigentlich anfangen? Ich habe gedacht, zu übernehmen mein Sanatorium, sagte der Mann euch. Kleineres Sanatorium für leichtere Gemütskranke, so sagt man doch. Und ich möchte suchen eine geeignete Croft, eine wie sie, Sister, als Aufsicht, als Oberschwester, sie verstehen. Aber sie müssten austreten aus, wie soll ich sagen, aus ihrem Verband, ihrem Orden. Ein Sanatorium? Ein Schloss? Mit ihrem Mantel und ihren zerrissenen Schuhen? Was hat zu tun meine Kleidung mit einem Projekt? fragte der Mann. Sie sagen, sie haben Geld, ich habe Erfahrung, aber wenn sie spotten, lassen wir es sein, Sister, ich will noch fertig machen, eine Abrechnung. Der Mann stand auf. Er trug einen alten Schlafrock, der ihm bis zu den Knöcheln reichte. Eine braune Kadel hielt ihn um die Hüften zusammen. Sein Haar war während dieses Monats fast weiß geworden. Er ging ins Haus. Schwester Clara blieb sitzen und strickte weiter an ihrem Strumpf. Die Sonne war noch immer ermüdend warm und auf dem Haselbaum saß ein kleiner Fing, der sang. Der gelbe Staub der Kätzchen flimmerte im Licht. Und am nächsten Morgen war der Mann verschwunden. Und mit ihm sein alter Mantel, seine zerlöcherten Schuhe und seine verwaschene Schirmmütze. Schwester Clara hatte erwartet, dass auch Geld fehlen würde, aber da war alles in Ordnung. Was Schwester Clara in den nächsten Tagen am meisten fehlte, war merkwürdigerweise der Handkuss. Sie hatte sich an diese respektvolle Liebkosung gewöhnt. Und da der Handkuss zu dem Mann Armstrong gehörte, begann ihr auch der Mann Armstrong zu fehlen. Sie hatte die Achseln gezuckt, als sie am Morgen das Zimmer leer gefunden hatte. Ein Vagant, der wieder Sehnsucht nach den Landstraßen bekommen hat. Aber die Verachtung, die leicht in diesen Worten steckte, die war nicht ganz echt. Erstens sah der Mann trotz seines schäbigen Mantels und seiner Mütze nicht ganz nach einem Vaganten aus, und er sprach gut. Er war nicht grob, und er erzählte keine unanständigen Witze. Was man in den Krankenseelen sonst zu hören bekommt, du lieber Gott, nur gut, dass man an Schmutz gewöhnt ist. Es war etwas um den Mann gewesen, und erst jetzt in der Erinnerung wurde diese zitternde Atmosphäre, die ihn umgeben hatte, deutlicher. Atmosphäre von Abenteuer, Geheimnis, von dem, was man sich unter Welt vorstellt, wenn man sie nie gesehen hat. Die Art, wie der Mann den Löffel hielt, die Gabel, dass er, als er aufstehen konnte, gebeten hatte, sich jeden Morgen im Badezimmer waschen zu dürfen, und er wusch jeden Morgen den ganzen Körper, dass er sich von dem Geld, das nach der Bezahlung der Spitalrechnung übrig geblieben war, eine gute Seife und kölnisch Wasser gekauft hatte, einen Rasierapparat, und sich jeden Morgen rasierte. Zuerst hatte sie ihn ausgelacht, dann bewundert im Stillen. Jetzt ging sie manchmal in das verlassene Zimmer und schnupperte in der Luft. Es roch schwach nach der Seife und dem Kölnisch Wasser. Wohin hatte er die Toiletten Gegenstände gepackt? Er hatte ja keinen Koffer. War er weiter gewalzt? Nach Thun? Zu seinem Freunde? Am dritten Tage hielt sie die Ungewissheit nicht mehr aus. Sie telefonierte nach Thun ans Grand Hotel Palace und verlangte Herrn Frutiger zu sprechen. Frutiger? Wir haben keinen Herrn Frutiger als Gast. Ähm, Herrn Eugen Frutiger, vor drei Wochen war er noch bei Ihnen. Ah, Sie meinen den Maître d'Hotel, ich will ihn rufen. Schwester Clara lächelte, während sie wartete. Der reiche Freund im Palace Hotel war Kellner. Und dann zuckte sie die Achseln, und der Mann Armstrong wurde ihr eigentlich noch sympathischer. Sie dachte, dass es unangenehm sein musste, in einem triefenden Mantel von der Landstraße aufgelesen zu werden. Man machte eine trostlose Figur, man musste Eindruck schinden. Was war da weiter dabei? Nur hätte er nicht mit den englischen Schlössern kommen sollen. Da meldete sich eine ängstliche Stimme am Apparat. Und Schwester Clara konnte sich nach der Stimme auch den Mann vorstellen. Korrekt die Wut und die ständige Furcht in den Knochen in dieser Krisenzeit durch eine Komplikation die Stelle zu verlieren. Es geschah wohl nicht oft, dass ein Kellner ans Telefon gerufen wurde. Von auswärts noch. Ja, ja, hier, Frutiger Eugen. Wie musste der Mann verlegen sein, dass er den Vornamen nachstellte wie ein Bauernknecht. Guten Tag, Herr Frutiger, ich wollte sie nur fragen, ob sie mir sagen können, wo sich ihr Freund Armstrong augenblicklich aufhält. Armstrong? Tut mir leid, kenne ich nicht. Hier spricht die Oberschwester vom Gemeindespital. Sie haben doch dem Herrn Armstrong, Schwester Clara betonte das Herr, hierher 200 Franken geschickt. Und da sagen sie, sie kennen ihn nicht? Ach so, ja, Verzeihung, pardon, ich hatte den Namen nicht verstanden, ja, ja, Armstrong, ganz recht, aber ich weiß nichts, hat er etwas, etwas, wieder etwas, beruhigen Sie sich, er hat nichts angestellt, aber er hat uns etwas plötzlich verlassen und er war noch nicht ganz geheilt und darum hätte ich ihm gern geschrieben. und er hat einiges bei uns vergessen, was ich ihm nachschicken sollte. Jetzt war es Schwester Claras Stimme, die nicht mehr ganz so sicher klang. Der Metro d'Hotel schien es zu merken, denn seine Stimme wurde fester. Leider weiß ich nichts von ihm, auch seine Adresse nicht, aber ich möchte sie gerne, gerne warnen. Er ist ein guter Mensch, aber gefährlich für, sie entschuldigen, für Frauen. Danke, sagte Schwester Clara trocken, ich bin mündig, also, sie wissen nichts, dann entschuldigen sie die Störung, guten Tag. Gefährlich für Frauen? Der Mann mit dem durchweichten Mantel und der grauen Schmetterlings Schleife mit den roten Tupfen? Er hatte doch kein Geld gewollt. Was trieb er jetzt? Die fremde Welt, aus der der Mann gekommen war, war doch merkwürdig anziehend. Er hatte so gar nichts aus dieser Welt erzählt. Und die Schlösser in England. Er hatte einen Freund, der Kellner war. Übrigens, diese Idee mit dem Sanatorium, die war gar nicht so dumm. Wenn man sich den Mann Armstrong vorstellte als Empfangschef etwa, er gut angezogen, würde er vertrauenerweckend aussehen mit seinem weißen Haar. In der letzten Zeit hatte er seine Nägel gepflegt. Er hatte schöne Hände. Schwester Clara betrachtete ihre Hand, die rot war wie gepolstert. Aber hatte sie der Mann nicht geküsst? Und manchmal war der Kuss respektvoll zärtlich. Zärtlich, ja, na ja, man hatte wenig Erfahrung in Zärtlichkeiten. Wachtmeister Studer von der Kantonspolizei hatte einen kleinen Spitzbart und den Ansatz zu einem Kropf. Sonst war sein Gesicht sanft gerötet und durchaus vertrauenerweckend. Als Schwester Clara vor ihm stand, fühlte sie Vertrauen zu dem kleinen dicken Mann und sagte zielbewusst, ich möchte Auskunft über einen gewissen Louis Armstrong. Hä? sagte der Wachtmeister. Er sprach die beiden Laute, er lachte sie nicht. Sind sie ihm auf den Leim gegangen, Schwester? Aber sitzen sie ab, ich will sie nicht beleidigen. Erzählen sie. Sie sollen erzählen, nicht ich, sagte Schwester Clara. Ja, ja, der Armbruster, sagte Studer. Zechprallerei, Heiratsschwindel, Hochstapelei, Betrug, Unterschlagung, aber vor allem als Spezialität ist der Heiratsschwindler. Heiratsschwindler? fragte die Schwester zurück. Und dann, sie wusste selbst nicht, wie die Behauptung über ihre Lippen kam, die im Gegensatz stand zu ihrem Denken, zu ihrem Leben, wollte sie dem Wachtmeister imponieren. Oder hatte auch auf sie der auflockende Einfluss des Mannes Armstrong gewirkt? Kurz, Schwester Clara sagte trocken und überzeugt, nun, dann wird er wahrscheinlich die Frauen gut behandeln, mit seiner Erfahrung. Wachtmeister Studer schwieg. Die runzligen Oberlieder verbargen seine Augen fast vollständig. Dann lachte er. Auch ein Standpunkt. Übrigens, er ist kein übler Kerl. Ich verdanke ihm eine nette Reise. Einmal habe ich ihn von Calais abholen müssen. Er zählt gut. Ich habe mich nicht gelangweilt mit ihm. In England war er während des ganzen Weltkrieges. Er hat sicher auch dort geschwindelt. Wenigstens habe ich von einer reichen Witwe gehört, der aber dann hat er, glaube ich, noch Spionage getrieben. Darum hat man ihn in Ruhe gelassen. Kurz, was ich ihnen habe erzählen wollen, es zeichnet ihn gut. In Basel sagte er mir, er wolle noch seine Schwester besuchen. In der Steinen Vorstadt habe sie gewohnt. Ich bin mitgegangen. Die Schwester war verheiratet, der Mann im Büro. Ich habe natürlich nicht gesagt, wer ich bin. Die beiden Geschwister reden zusammen, eine Viertelstunde lang. Es wird langweilig, der Armbruster verabschiedet sich. Da kommt im letzten Moment der Sohn der Schwester ins Zimmer ein kleiner Bub, sechsjährig etwa. Mein Armbruster legt dem Bübli die Hand auf den Kopf und sagt mit Tönender Stimme, ja, Albertli, für dich hat der Onkel gesorgt. Dein Vermögen liegt auf der Bank, du wirst keine Not leiden. Und dabei hatte ich das Portemonnaie des Armbruster im Sack. Zwei Schilling und drei französische Franken. Und was hat er seither gemacht? Auslandsreisen und Rundfahrten durch die Schweiz, reiche Witwen, Schauspielerin, Lehrerin, immer Niveau, nie Dienstmädchen. Aber was er jetzt tut, wo er ist, ich weiß es nicht. Schwester Clara bedankte sich für die Auskunft und ging. Die Art, wie Entscheidungen im Innern eines Menschen gefällt werden, wird für uns, die nicht in ihn hineinblicken können, stets rätselhaft bleiben. Die sogenannte Psychologie ist ein recht nettes Gesellschaftsspiel. Es gibt sogar Leute, die eine Wissenschaft in ihr sehen wollen. Naja, wir wollen ihnen die Freude lassen. Tatsache ist wohl, dass es im Leben vieler Menschen sogenannte Krisen gibt, in denen sie so merkwürdig handeln, dass die Außenstehenden jenem Menschen für verrückt halten. Und doch ist die Sache, wenn man sie mit der notwendigen Ehrfurcht behandelt, gerade so natürlich oder gerade so geheimnisvoll, wie die Tatsache, dass ein Apfelbaum, den man verdorrt glaubte, plötzlich zu blühen beginnt. Schwester Klaras Krise dauerte drei Tage. In diesen drei Tagen lief sie herum. Niemand sah ihr etwas an. Sie zankte sich mit dem Spitalarzt, war freundlich mit der kleinen Schwester, die ihr half. Sie schrieb einen Brief, den sie einschreiben ließ, dies am zweiten Tag. Und der Brief war an den Berner Notar adressiert, der das Vermögen ihrer verstorbenen Eltern verwalte. Dies war der Auftakt zum großen Entschluss, der am dritten Tag folgte. An diesem Tage nahm sie frei, fuhr ins Mutterhaus, hatte dort eine erregte Auseinandersetzung mit der Oberin, fuhr von dort in ein Kleidergeschäft, ließ sich einkleiden, danach in ein Hutgeschäft, dann in einen Wäscheladen. Ihre Schwestern tracht, die Schuhe mit den niederen Absätzen wurden verpackt und an das Gemeindespital geschickt. Danach, das Konfektionskleid saß nicht ganz richtig, aber Schwester Clara sah gar nicht übel aus, fuhr sie nach Thun und verlangte im Palace Hotel, den Kellner Frotiger zu sprechen. Es war elf Uhr morgens. Er solle keine dummen Sprüche machen, öffnete Clara dem Mann, der wirklich so aussah, wie sie sich ihn nach seiner Stimme vorgestellt hatte. Wo der Herr Armstrong sei. Der Kellner Frotiger in seinem Frack war verlegen. Er schwieg. Clara machte einen Umweg. Wie er ihn denn kennengelernt habe und wie er dazu gekommen sei, ihm Geld zu schicken. Eine merkwürdige Geschichte. Frotiger war während des Krieges in London krank geworden. Keine Stelle, kein Geld. Da hatte ihn der Mann Armstrong aufgenommen, gepflegt und, als der Kellner gesund geworden war, ihm noch eine Stelle verschafft und Geld gegeben. Ich hab ihm doch auch helfen müssen, sagte der Maître d'Hotel und wand sich verlegen, weil der Chef de Reception hinten in der Halle aufgetaucht war und das Paar mit missbilligenden Blicken musterte. Er war doch ein guter Kamerad. Und wo ist er jetzt? Ich hab ihm meine Stelle verschafft in Mürren als Plangeur. Mürren? Welches Hotel? Französische Dichter behaupten, dass Frauen mit bewegter Vergangenheit die besten Hausfrauen geben, sobald sie einmal zur Ruhe gekommen sind. Warum sollte dies nicht auch bei Männern der Fall sein? Auf alle Fälle hat sich Clara bis an hin nicht über ihren Mann zu beklagen. Es ist ja auch nicht gesagt, dass sich jede Liebesgeschichte nach dem Schema Tristan und Isolde abspielen muss. Das Sanatorium geht vorzüglich. Es ist immer ein Vorteil, wenn ein Mann Erfahrung hat, wie man reiche Leute behandelt. Übrigens brachte Armstrong immerhin ein Kapital mit in die Ehe. Dies zeigte sich bald. An einem Abend nämlich fragte Clara, du, wie hast du die Schauspielerin hereingelegt? Und Louis Armstrong regte Armbruster begann zu erzählen. Erlebnisse Ein nicht zu unterschätzender Notgroschen in den flauen Zeiten. den Zeiten, da die Langweile in der Ehe gällt. Im Sonnenschein In den höchsten Zweigen des Ahornbaums, der an der Gartenseite des Hauses stand, trieben die Stare ihr Wesen. Sonst war es still, denn es war Sommernachmittag zwischen eins und zwei. Aus der Gartentür trat ein junger Reiteroffizier in weißer, festhäglicher Uniform, den kleinen dreieckigen Federhut schief auf den Kopf gedrückt und sah nach allen Seiten in die Gänge des Gartens hinab. Dann, sein Rohrstock zierlich zwischen den Fingern schwingend, horchte er nach einem offenstehenden Fenster im oberen Stockwerke hinauf, aus welchem sich in kleinen Pausen das klirren holländischer Kaffeeschälchen und die Stimmen zweier alter Herren deutlich vernehmen ließen. Der junge Mann lächelte wie jemand dem was Liebes widerfahren soll, indem er langsam die kleine Gartentreppe hinunterstieg. Die Muscheln, mit denen der breite Steig bestreut waren, knirschten an seinen breiten Sporen. Bald aber trat er behutsam auf, als wolle er nicht bemerkt sein. Gleichwohl schien es ihn nicht zu stören, als ihm aus einem Seitengang ein junger Mann in bürgerlicher Kleidung mit sauber gepuderter Frisur entgegen kam. Ein Ausdruck brüderlichen, fast zärtlichen Vertrauens zeigte sich in beider Antlitz, als sie sich schweigend die Hände reichten. Der Syndikus ist droben, die alten Herren sitzen am Tokadiertisch, sagte der junge Bürger, indem er eine starke goldene Uhr hervorzog. Ihr habt zwei volle Stunden, geh nur, du kannst rechnen helfen. Er zeigte bei diesen Worten den Steig entlang nach einem hölzernen Lusthäuschen, das auf Pfählen über den unterhalb des Gartens vorüberströmenden Fluss hinausgebaut war. Ich danke dir, Fritz, du kommst doch zu uns. Der Angeredete schüttelte den Kopf. Wir haben Posttag, sagte er und ging dem Hause zu. Der junge Offizier hatte den Hut in die Hand genommen und ließ, während er den Steig hinabstieg, die Sonne frei auf seine hohe Stirn und seine schwarzen ungepuderten Haarschein. So hatte er bald den Schatten des kleinen Pavillons der Gegen Morgen lag erreicht. Die eine Flügeltür stand offen. Er trat vorsichtig auf die Schwelle. Aber die Jalousien schien von allen Seiten geschlossen. Es war so dämmerig drin, dass seine noch eben des vollen Sonnenlichts gewöhnten Augen erst nach einer ganzen Weile die jugendliche Gestalt eines Mädchens aufzufassen vermochten, welche inmitten des Zimmers an einem Marmortischchen sitzen, Zahl um Zahlen mit sicherer Hand in einen vor ihr liegenden Folianten eintrug. Der junge Offizier blickte verhaltenen Atems auf das gepuderte Köpfchen, das über den Blättern schwebend wie von dem Zuge der Feder harmonisch hin und wieder bewegt wurde. Dann, als einige Zeit vorüber gegangen, zog er seinen Degen seiner Handbreit aus der Scheide und ließ ihn mit einem Stoß zurückfallen, dass es einen leichten Klang gab. Ein Lächeln trat um den Mund des Mädchens und die dunklen Augenwimpern hoben sich ein Weniges von den Wangen empor. Dann aber, als hätte sie sich besonnen, streifte sie nur den Ärmel der armerandfarbenen Kontusche zurück und tauchte aufs Neue die Feder ein. Der Offizier, da sie immer noch nicht aufblickte, tat einen Schritt ins Zimmer und zog ihr schweigend die Feder durch die Finger, dass die Tinte auf den Nägeln blieb. »Herr Kapitän!« rief sie und streckte ihm die Hand entgegen. Sie hatte den Kopf zurückgeworfen. Ein paar tiefgraue Augen waren mit dem Ausdruck nicht allzu ernsthaften Zirns auf ihn gerichtet. Er pflückte ein Rebenblatt draußen vom Spalier und wischte ihr sorgfältig die Tinte von den Fingern. Sie ließ das ruhig an sich geschehen. Dann aber nahm sie die Feder und fing wieder an zu arbeiten. »Rechne ein andermal, Fränzchen«, sagte der junge Mann. Sie schüttelte den Kopf. »Morgen ist Klosterrechnungstag, ich muss das fertig machen« und sie setzte ihre Arbeit fort. »Du bist ein Federheld, ich bin eine Kaufmannstochter«. Er lachte. »Lache nicht, du weißt, wir können die Soldaten eigentlich nicht leiden. Wir? Welche wir sind das? Nun, Konstantin«, und dabei rückte ihre Feder addierend die Zahlenreihen hinunter. »Wir, die ganze Firma«, »Du auch, Fränzchen? Ach, ich«, und sie ließ die Feder fallen und warf sich an seine Brust, dass sich ein leichtes Puderwölkchen über ihren Köpfen erhob. Sie strich mit der Hand über seine glänzend schwarzen Haare. »Wie eitel du bist«, sagte sie, indem sie den schönen Mann mit dem Ausdruck wohlgefälligen Stolzes betrachtete. Von der Stadt herüber kam der Schall einer Militärmusik. Die Augen des jungen Kapitäns leuchteten. »Das ist mein Regiment«, sagte er und hielt das Mädchen mit beiden Armen fest. Sie bog sich lächelnd mit dem Oberkörper von ihm ab. »Es hilft dir aber alles nicht. Was soll denn daraus werden?« Sie hob sich auf den Fußspitzen zu ihm heran und sagte, »Eine Hochzeit! Aber die Firma, Fränzchen! Ich bin meines Vaters Tochter!« Und sie sah ihn mit ihren klugen Augen an. In diesem Augenblick drang in scheinbar unmittelbarer Nähe vom oberen Stockwerk des Hauses der laut einer harten Stimme zu ihn herüber. Die Stare flogen schreiend durch den Garten und der junge Offizier wie in unwillkürlicher Bewegung schoss das Mädchen fest in seine Arme. »Was hast du?« sagte sie. »Die alten Herren haben die erste Partie gespielt. Nun stehen sie am Fenster und Papa macht das Wetter für die nächste Woche.« Er sah durch die Tür in den sonnenbeschehenen Garten hinaus. »Ich habe dich«, sagte er, »es darf nicht anders werden.« Sie wiegte schweigend einige Male den Kopf. Dann machte sie sich los und drängte ihn gegen die Tür. »Geh nun«, sagte sie, »ich komme bald, ich lass dich nicht allein.« Er fasste ihr zartes Gesichtchen in seine Hände und küßte sie. Dann ging er zur Tür hinaus und seitwärts den Steig hinauf von dem Ligusterzaun entlang, der das tiefere Flussufer von dem Garten trennte. So während seine Augen dem unaufhaltsamen Vorüberströmens des Wasser folgten, gelangte er an einen Platz, wo das marmorne Bild einer Flora inmitten sauber geschorener Buchsbaum Die zwischen den Schnörkeln eingelegten Porzellanscherben und Glaskorallenschnüre leuchteten zierlich aus dem Grün hervor. Ein scharfes Aroma erfüllte die Luft und ermischt zuweilen mit dem Duft der Provinzrosen, die hier zu Ende des Steiges an der Gartenmauer standen. In der Ecke zwischen diesem und dem Ligusterzaun war eine Laube, tief verschattet von wuchrendem Geißblatt. Der Kapitän schnallte seinen Degen ab und setzte sich auf die kleine Bank. Dann begann er mit der Spitze seines Rohrstocks einen Buchstaben um den anderen in den Boden zu zeichnen, der immer wieder, als könne ein Geheimnis durch sie verraten werden, bis auf den letzten Zug zerstörte. So trieb er seine Zeit lang, bis seine Augen an dem Schatten einer Geißblattranke haften blieben, an deren Ende er die feinen Röhren der Blüte deutlich zu erkennen vermochte. Bald im längeren Betrachten bemerkte er daran, den Schatten eines Lebendigen, der langsam an dem Stängel hinaufkroff. Er sah dem eine Weile zu. Dann aber stand er auf und blickte über sich in das Gewirr der Ranken, um die gefährdete Blüte zu entdecken und das Ungeziefer herunter zu schlagen. Aber die Sonnenstrahlen brachen sich zwischen den Blättern und blendeten ihn. Er musste die Augen abwenden. Als er sich wieder auf die Bank gesetzt hatte, sah wie zuvor die Ranke scharf und deutlich auf dem sonnigen Boden liegen. Nur zwischen den schlanken Kelchen der Schattenblüte haftete jetzt eine dunkle Masse, die von Zeit zu Zeit durchzuckende Bewegungen eine emsige tierische Tätigkeit verriet. Er wusste nicht, wie es ihn überkam, aber er stieß nach dem arbeitenden Klumpen mit seinem Rohrstock. Aber über ihm ging der Sommerwind durch das Gezweige und die Schatten huschten ineinander und entwischten ihn. Er wurde eifrig, er spreizte die Knie auseinander und wollte eben zu einem neuen Stoße ausholen. Da trat die Spitze eines seidenen Mädchenschuhs ihm in die Sonne. Er blickte auf, Franziska stand vor ihm. Die Feder hinterm Ohr, deren weißen Fahne wie ein Taubenfittich von dem gepuderten Köpfchen abstand. Sie lachte eine ganze Weile. Unhörbar erst, man sah es nur. Er lehnte sich zurück und blickte sie voll entzücken an. Sie lachte so leicht, so mühelos. Es lief über sie hin wie ein Wind auch über den See. So lachte niemand anders. Was treibst du da? rief sie endlich. Dummes Zeug, Fränzchen, ich schamuziere mit den Schatten. Das kannst du bleiben lassen. Er wollte ihre beiden Hände fassen. Sie aber, die in diesem Augenblick sich nach der Gartenmauer umgesehen, zog ein Messerchen aus ihrer Tasche und schnitt damit die aufgeblühten Rosen aus den Büschen. Ich werde Potpourri machen auf den Abend, sagte sie, während sie die Rosen an der Erde sorgfältig zu einem Häuflein zusammenlegte. Er sah geduldig zu, er wusste schon, man musste sie gewähren lassen. Und nun? fragte er, nachdem sie das Messe wieder eingeschlagen und in den Schlitz ihrer Robe hatte gleiten lassen. Nun, Konstantin, beisammen sein und die Stunden schlagen hören. Und so geschah es. Vor ihnen, drüben in dem Zitronenbirnbaum, flog der Buchfink ab und zu und sie hörten tief im Laube das Kreischen der Nestlinge. Dann wieder, ihnen selber kaum bewusst, drang das Schluchzen des unterhalb fließenden Wassers an ihr Ohr. Mitunter sank eine Kaprifolienblüte zu ihren Füßen. Von Viertelstunde zu Viertelstunde schlug drüben im Hause die Amsterdamer Spieluhr. Es wurde ganz stille zwischen ihnen. Aber der Drang, den geliebten Namen leibhaftig vor sich ausgesprochen zu hören, überkam den sagte er halblaut Konstantin und als würde er nach der langen Stille durch ihre Stimme überrascht und ihm erst jetzt das Geheimnis ihres Klanges offenbar, sagte er Du solltest singen Fränzchen Sie schüttelte den Kopf Du weißt das taugt für Bürgermädchen nichts Er schwieg einen Augenblick Dann fasste ihre Hand und sagte Sprich nicht so Auch nicht im Scherz Du hattest ja schon Lektionen beim Kantor Was ist es denn? Sie sah ihn ernsthaft an Bald aber brach ein lustiger Glanz aus ihren Augen Nein rief sie Schau nicht so finster Ich will's dir sagen Ich rechne zu gut Er lachte und sie lachte mit Bist mir aber auch zu klug Franziska Ja vielleicht sagte sie und ihre Stimme erhielt plötzlich einen tiefen herzlichen Klang als sie es sagte Du weißt noch gar nicht wie Als du erst hier in die Stadt versetzt warst und dann zu meinem Bruder Fritz ins Haus kamst war ich ein kleines Mädchen das noch zwei volle Schuljahre vor sich hatte Nachmittags wenn ich nach Hause gekommen schlich ich mich öfters in den Saal und stellte mich daneben wenn ihr euch im Rapieren übtet schluss aber du wolltest keine notiz von mir nehmen einmal sogar als deine klinge mir in die schürze fuhr sagtest du setz dich ins Fenster kind du weißt wohl nicht was das für böse Wörter waren nun aber begann ich auf allerlei Listen zu sehen wenn Nachbars Kinder bei mir waren suchte ich dich durch eins der anderen Mädchen ich selber hätte es nicht getan zur Teilnahme an unseren Spielen zu veranlassen und wenn du dann in unseren Reihen standest nun Fränzchen ja dann lief ich so oft an dir vorüber bis du mich endlich doch an meinem weißen Kleidchen haschen musstest sie war dunkelrot geworden er legte seine Finger zwischen ihre und hielt sie fest um schlossen nach einer Weile sah sie schüchtern zu ihm auf und fragte hast du denn nichts gemerkt doch endlich sagte er du bist ja endlich groß geworden und dann wie kam es denn mit dir er sah sie an als müsse er ihr Antlitz befragen ob er reden dürfe wer weiß sagte er ob es je gekommen wäre aber die Frau Syndika sagte einmal so sprich doch Konstantin nein mir zu lieb geh erst einmal den Steig hinauf sie tat es nachdem sie die abgeschnittenen Rosen in ihre Schürze gesammelt ging sie ohne ein Wort zu sagen nach dem Gartenhause und trat bald darauf mit leeren Händen wieder aus der Tür sie hatte zierliche Füße und einen behemmten Tritt aber sie stieß im Gehen unmerklich fast mit den Knien gegen das Gewand der junge Mann folgte dieser Bewegung so wenig schön sie sein mochte mit den glücklichsten Augen er merkte es kaum als die Geliebte jetzt wieder vor ihm stand und fragte sie was sagte die Frau Syndica oder war es eine von ihren sieben Töchtern sie sagte und er ließ seine Augen langsam an ihrer feinen Gestalt hinaufgleiten sie sagte die Mamsel Fränzchen ist eine angenehme Person aber gehen tut sie wie eine Bachstelze und Fränzchen legte die Hände auf dem Rücken ineinander und sah freudestrahlend auf ihn nieder seitdem fuhr fort konnte ich es nicht wieder von mir bringen überall hab ich müssen dich vor mir gehen und hantieren sehen sie stand noch immer vor ihm schweigend und unbeweglich was hast du fragte er du siehst so stolz und vornehm aus sie sagte es ist das Glück eine Welt voll und er zog sie mit beiden Armen zu sich nieder es war eine andere Zeit wo über 60 Jahre später aber es war wieder in einem Sommer nach mit und die Rosen blühten auch wie dazumal in dem oberen Zimmer nach dem Garten hinaus saß eine alte Frau auf ihrem Schoße den sie mit einem weißen Schnupftuch überbreitet hatte hielt sie eine dampfende Kaffeetasse doch schien sie heute des gewohnten Trankes zu vergessen denn nur selten und wie in Gedanken führte sie die Tasse an den Mund nicht weit davon dem Sofa gegenüber saß ihr Enkel ein Mann über die Zeit der vollsten Jugend noch kaum hinaus er stützte seinen Kopf in die Hand und blickte nach den kleinen Familienbildern die in silberner Fassung über dem Sofa hing der Großvater die Urgroßeltern Tante Fränzchen des Großvaters Schwester sie waren lange tot er hatte sie nicht gekannt und nun ließ er seine Augen von einem zum anderen gehen wie er schon oft getan wenn er mit der Großmutter in der stillen Nachmittagsstunde beisammen saß auf Tante Fränzchens Bilde schienen die Farben am wenigsten verblichen obwohl sie vor den Eltern und lange vor dem Bruder gestorben war die rote Rose in der weißen Puderfrisur war noch wie frisch gepflückt auf der armerrandfarbenen Kontusche zeichnete sich deutlich ein blaues Medaillon das an einem dunklen Bande vom Halse auf die Brust herabhing der Enkel konnte nicht die Augen wenden von diesen kargen Spuren eines früh dahingegangenen Lebens er blickte fast mit Inbrunst in das feine blasse Gesichtchen der Garten wie er ihn als Knabe noch gesehen trat vor seine Fantasie er sah sie darin wandeln zwischen den seltsamen Buchsbaumzügen er hörte das Knistern ihres Schuhs auf den Muschelsteigen das Rauschen ihres Kleides aber die Gestalt die er so heraufbeschworen blieb allein gebannt in dem grünen Fleckchen das vor seinem inneren Auge stand was sich um die lebende einst mochte bewegt haben ihre gespielenden die Töchter aus den alten finsteren patriziahäusern den Freund der nach ihr späte zwischen den Büschen des Gartens er hatte keine Macht ihr zu gesellen wer weiß von ihnen sprach er vor sich hin das kleine Medaillon war ihm wie ein Spiegel auf der Brust des vor so langer Zeit verstorbenen Mädchens die Großmutter setzte die Tasse auf die Fensterbank sie hatte ihn sprechen hören bist du in unserer Gruft gewesen Martin fragte sie sind die Reparaturen bald zustande ja Großmutter es muss alles in Ordnung sein wir haben in unserer Familie immer auf Reputation gehalten es wird alles in Ordnung kommen sagte der Enkel aber es ist ein Sarg eingestürzt das hat einen Aufschub gegeben sind denn die Eisenstangen abgerostet das nicht er stand zu hinterst neben dem Gitter das Wasser ist darauf getropft das muss Tante Fränzchen sein sagte die Großmutter nach einigem Besinn lag denn ein Kranz darauf Martin sah die Großmutter an ein Kranz ich weiß es nicht er mag wohl auch vergangen sein die Greise nickte langsam mit dem Kopf und sah eine Weile schweigend vor sich hin ja ja sagte sie dann fast wie beschämt es ist nun freilich schon über fünfzig Jahre her dass sie begraben wurde ihr Fächer der mit Schmelz und Füttern liegt noch drüben im Saal in der Spiegelkommode ich habe ihn aber gestern nicht finden können der Enkel mochte ein Lächeln nicht zu unterdrücken die Großmutter bemerkte es und sagte deine Braut der Wildfang ist mir wohl wieder über meinen Kram gewesen ihr sollt mir das nicht zu euren Possen gebrauchen aber Großmutter wie sie neulich abends in deinem Reifrock durch den Garten promenierte ihr wäret alle eifersüchtig geworden wenn sie so anno neunzig in eure Laube getreten wäre du bist ein eitler Junge Martin freilich fuhr fort die fremden braunen Augen hat sie nun einmal die kommen jetzt ohne Gnade in die Familie nun sagte die Großmutter die braunen Augen sind schon gut wenn nur ein gutes Herz herausschaut aber den Fächer soll sie mir in Ehren halten Tante Fränzchen trug ihn auf deines Großvaters Hochzeit und mich denkt ich sehe sie noch mit der dunkelroten Rose in den Haaren nachher hat sie dann gar nicht gar lange mehr gelebt es war eine große Liebe zwischen den Geschwistern sie hat ihrem Bruder dazu malen auch ihr Porträt geschenkt und ein Großvater hat es so lange er lebte bei sich in seiner Schreibschatulle gehabt später hingen wir es denn hierher zu ihm und zu den Eltern sie ist wohl schön gewesen Großmutter fragte der Enkel indem er nach dem Bilde hin über blickte die Großmutter schien ihn nur halb zu hören sie war ein kluges Frauenzimmer sagte sie und sehr geschickt in der Feder während dein Großvater in Marseille war und auch wohl später noch hat sie dem Vater alle Jahr die Klosterrechnungen ausgeschrieben denn er war Klostervorsteher und dann Ratsverwandter ehe er zweiter Bürgermeister wurde sie hatte auch eine schlanke wohl proportionierte Figur und dein Großvater pflegte sie wohl mit ihren feinen Händen zu necken aber heiraten hat sie nie malen wollen Gott bist denn derzeit keine jungen Männer in der Stadt oder haben ihr die Freier nicht gefallen das sagte die Großmutter indem sie mit den Händen über ihren Schoß strich das mein liebes Kind hat sie mit sich in ihr Grab genommen man 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 wohl sie habe einmal ein leiden können Gott mag es wissen es war ein Freund deines Großvaters und ein reputierlicher Mensch aber er war Offizier und Edelmann und dein Urgroßvater war immer sehr gegen das Militär auf deines Großvaters Hochzeit tanzten sie miteinander und ich entsinne mich wohl dass sie machten ein schönes Paar zusammen unter den Leuten nannten sie nur den Franzosen denn er hatte rabenschwarzes Haar das er nur selten pudern ließ wenn er nicht just im Dienst war es ist aber das letzte Mal gewesen er nahm bald darauf seinen Abschied und kaufte sich weit von hier einen kleinen Landsitz wo er noch einige Zeit nach deines Großvaters Tode mit seiner unverheirateten Schwester gelebt hat der Enkel unterbrach sie es muss damals ein anderes Ding gewesen sein um die Herzens Geschichten sagte er nachdenklich ein anderes Ding wiederholte die Großmutter indem sie ihrem Körper für einen Augenblick die Haltung der Jugend wiederzugeben suchte wir hatten so gut ein Herz wie ihr und haben unser Teil dafür leiden müssen aber fuhr sie berückter fort was wisst ihr junges Volk auch wie es dazu malen war ihr habt die harte Hand nicht über euch gefühlt ihr wisst es nicht wie mäuschenstille wir bei unseren Spielen wurden wenn wir den Rohrstock unseres Vaters nur von ferne auf den Steinen hörten Martin sprang auf und fasste die Hände der Großmutter nun sagte sie es mag vielleicht besser sein so wie es jetzt ist ihr seid glückliche Kinder aber deines Großvaters Schwester lebte in den alten Tagen seit wir nach unserer Hochzeit das untere Stockwerk hier im Hause bewohnten kam sie gern zu uns herunter manchmal auch saß sie stundenlang bei deinem Großvater im Kontor und half ihm bei seinen Schreibereien im letzten Jahre seit ihre Kräfte abzunehmen anfing fand ich sie wohl zuweilen über ihren Rechnungsbüchern eingeschlafen dein Großvater saß dann stille fortarbeitend ihr gegenüber an der anderen Seite des Pultes und ich erinnere mich noch gar wohl an das trauervolle Lächeln womit er wenn ich zu ihnen eintrat mich auf die schlafende Schwester aufmerksam zu machen pflegte die unsere unsere alte Anne konnte nicht genug davon erzählen wie lustig und umgänglich ihre mamsell in jüngeren jahren gewesen sei auch war sie die einzige von den Kindern die bei Gelegenheit mit dem Vater ein Wort zu reden wagte solange ich sie gekannt ist sie immer still und für sich gewesen zumal wenn der Vater im Zimmer war sprach sie nur das notwendige und wenn sie just gefragt wurde was da passiert sein mag dein Großvater hat nie davon gesprochen nun sind sie alle längst begraben der Enkel betratete das Bild des Urgroßvaters und seine Augen blieben an den strengen Linien haften die den starken Mund von den Wangen schieben es muss ein harter Mann gewesen sein sagte er die Großmutter nickte er hat seine Söhne bis in ihr dreißigstes Jahr erzogen sagte sie sie haben darum bis in ihr spätes Alter auch nie mal zu recht einen eigenen Willen gehabt dein Großvater hat es oft genug beklagt er wäre am liebsten ein Gelehrter geworden wie du es bist aber die Firma verlangte einen Nachfolger es waren damals eben andere Zeiten Martin nahm das Bild des Großvaters von der Wand das sind milde Augen sagte er die Großmutter streckte die Hände aus als wolle sie aus ihrem Lehnstuhl aufstehen dann ließ sie sie langsam ineinander sinken jawohl mein Kind sagte sie das waren milde Augen er hatte keine Feinde nur einen mitunter und das war er selber die alte haushälterin trat ein es ist einer von den mauerleuten draußen er wünscht den herren zu sprechen geh hinaus Martin sagte die Großmutter was ist es denn Anna sie haben etwas in der gruft gefunden erwiderte die alte ein schaustück oder so etwas die sage der alten Herrschaften wollen schon nicht mehr halten die Großmutter neigte ein wenig das haut dann blickte sie in der Stube umher und sagte mach das Fenster zu Anna es duftet mir so stark die Sonne scheint draußen auf die Buchsbaum rabatten ach die Frau hat wieder ihre Gedanken murmelte die alte Dienerin denn der Buchsbaum war vor über 20 Jahren fortgenommen und mit den Glaskorallen schnüren hatten derzeit die Knaben Pferd gespielt aber sie sagte nichts dergleichen sondern schloss wie er geheißen war das Fenster dann danach stand sie noch eine Weile und sah durch die Zweige des hohen Ahornbaums nach dem alten Lusthäuschen hinüber wo hinaus sie vor Zeiten ihren jungen Herrschaften so oft das Kaffeegeschirr hatte bringen müssen und wo die kranke Mamsell so manchen Nachmittag gesessen hatte Nun öffnete sich die Tür und Martin trat hastigen Schrittes herein Du hattest recht sagte er indem er Tante Fränzchens Bild von der Wand nahm und es an dem silbernen Schleifchen der Großmutter vor die Augen hielt Der Maler durfte nur die Kapsel des Medallons malen Der offene Kristall hat auf ihrem Herzen gelegen Ich habe oft genug gefragt was er verberge Nun weiß ich es denn ich habe Macht es um zu wenden Und er legte ein verstäubtes Kleinod auf die Fenster Bank das des grünen Rostes ungeachtet der es überzogen hatte als das Original zu der Zeichnung auf Tante Fränzchens Bilde nicht zu verkennen war Das Sonnenlicht brach durch den trüben Kristall und beleuchtete im Innern eine schwarze Haarlocke Die Großmutter setzte schweigend ihre Brille auf und ergriff dann mit zitternden Händen das kleine Medaillon und neigte tief das Haupt darüber Endlich nach einer ganzen Weile wo in dem stillen Zimmer nur das unruhigere Atmen der alten Frau vernehmlich war legte sie es behutsam von sich und sagte Lass es wieder an seinen Ort bringen Martin es taugt nicht in der Sonne und fügte sie hinzu indem sie das Tuch auf ihrem Schoße sorgsam zusammen legte auf den Abend bring mir deine Braut es muss in den alten Schubladen noch irgendwo ein Hochzeitskettlein stecken wir wollen proben wie es zu den braunen Augen lässt das war im Sonnenschein wenn dir die Novelle gefallen hat würde ich mich freuen wenn du auf den Daumen hoch klickst und du vielleicht das Hörbuch mit jemandem teilst wenn du magst hören wir uns morgen wieder aber jetzt schlaf gut